Dex, wenn du ever mal in Hamburg bist, dann muss ich dir mal den besten Dönerladen von Hamburg zeigen. Also nicht den, wo wir bestellt haben. Keiner, nein, der war furchtbar. Ne, das ist so ein Dönerladen, der bietet ganz viele Arten von Döner an. Der bietet sogar Döner mit veganem Fleischersatz an. Der schmeckt sogar richtig gut tatsächlich. Dex, du musst noch bereit machen, auch wenn ich gerade Schwierigkeiten mit meinem Controller habe. Auf zurück und dann bereit. Capricorn, danke für dein Raid nochmal und schöne neue Emojis hat die Ruffy da gemalt. Ja, finde ich auch. Ich weiß alles, ich bin informiert. War klar, guten Abend. Apropos Dex, danke nochmal für den Raid letztens. Alles so weit, jetzt. Nein, aber mach ruhig. Mach dir gerne guten Abend. Moment, ich kann gerade... Moment, Moment. Wollte gerade sagen, haben wir das diesmal wieder ausgestellt mit den Schlüsseln? Ja, es ist mit den Schlüsseln ausgestellt. Ja, richtig wieder. Das ist jetzt komplett alles Standard. Habt ihr eine vernünftige Karte jetzt? Ist das die auf den Bildern? Die, die da ne. Überwucherung? Überwucherung. Wir haben jetzt ohne dein Verständnis ausgewählt, Dex. Ja, ja, das ist egal. Ich wollte erst die Lille denn nehmen, aber... Die Mojis sind ziemlich schnell hochgeladen worden. Freut mich, dass es so geklappt hat. Leider kennt ihr sowieso nicht, dass... Wow, wow, wow. Null? Wie kann man denn eine Null würfeln? Eine 6. Ich kenn das. Das Minus ist nega... Das kleinste ist eigentlich eine 2. Eine Null. Du hast es umgestellt, dass man jetzt auch null werfen kann. Eine... Hä? 3? Hä? Ah, das ist zwei Fake. Ich hab' ich nie aufgepasst. Ich weiß es. Ich hab' ich nicht hingeschoben. Ich weiß es. Ich weiß es. Wie lang geht denn ca. so ne Runde? Drei Stunden. Es kann ne Weile dauern. Wie kommt man nochmal auf die Karte, sodass man rauszoomen kann und mal gucken kann, wie man langlaufen kann? Gleich, gleich, gleich. Gleich, Y. Gleich, gleich, Y. Huh, was ist das? Waffen. Es gibt Spezialwaffen da. Achso. Okay. Ich hab's vergessen. Ich hab' alles vergessen. Achso, ich bin als erstes dran. Ja, wir sind los. Ja, dann kann ich gleich in Ruhe was bestellen. Ich hab' noch nie gespielt. Das kriegst du schon hin. Hast du Mario Party gespielt? Ja. Geh oben lang. Sehr schön. Wer ist das? Wer war das gewesen? Wer war das gewesen? Ja, Benni, du Mario Party kennst hier ganz gut. Hast ja bei letztem verloren schon Haus hoch. Ihr habt euch verwendet gegen mich, das war was anderes. Das ist sie. Ja, der Fantasie vielleicht, ne. Der Fantasie vielleicht, ne. Oh, aber Benni. Ich habe Tage danach noch geweint. Du bist voll auf Fluch gegangen. Ich habe Tage danach noch geweint. Ja, glaub ich auch. Ja, geflucht, aber ja. Wann habt ihr denn mit Mario Party zusammengespielt? Ja, letztes Jahr. Aber wie groß, wie ist der Großteil, äh, der Größteil, ne, man kriegt, glaub ich, nicht alle, glaub ich, so einen Prozentsatz, oder? Ja, aber er wird vor allem auch wieder zurück, äh, aber zurücksetzt zum Friedhof. Ja. Luna, du bist noch nicht verrückt geworden. Ach, siehste, das wollte ich ja gucken. Mit impfst du nochmal das, ja? Mir gefällt die Musik auf der Körper. Bin ich jetzt gerade die Einzige, die das sieht, oder zeigen diese blöden Dings, die direkt den Weg zu der richtigen Truhe? Nein, das ist die falsche Truhe. Also, ich weiß nur, ich habe keine Ahnung von gar nichts, mein Name ist Hase. Hallo, Hase. Oh, der bist du. Ich bin wieder Jäger. Trau dir nicht, Ruffy weiß Bescheid. Hm, ich habe wirklich nicht hingeguckt. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Huch, da kommt er auch lang. Ich habe schon was Nettes bekommen, also von da aus. War die Julia diejenige, die die Null geworfen hat, ne? Äh, ja. Oh, man kriegt trotzdem Schlüssel. Ja, weil er direkt dran schlappt. Ah, ja, jetzt kommen ja noch Minispiele, stimmt ja. Ach, das war das wieder. Oh Gott. Achso, ich muss das bereit in Folge. Wie war das schießen denn nochmal? Mit LATF. Irgendwie geht das nicht, mein Joyce. Mit RT ist das. Sieht das? Ich weiß nicht, ob ihr das im Stream seht. Ja, das hat das selbe Problem, habe ich auch. Also, bei mir steht schießen A. Ja, dann spielst du mit, ähm... Ich spiele mit Controller. Ich will hoffen, dass es trotzdem klappt. Jetzt wird es schön zu gehen. Ja, es ist immer ganz kurz, immer nur. Es ist, äh, naja, mal gucken. Hacke Kontakt. Ach du Gott. Äh. Ja, das ist furchtbar, ne? Nein. Also, die Störung ist echt... Ach, ich lebe noch, der Stein. Nein. Nein. Oh, ich lebe wieder. Ja, nicht mehr. Ja, wenn Sport ein ganz oft wird die Zeit vorbei. Das ist ja nicht auch noch so ein bisschen. Ne, wieder. Oh, ich hasse die Störung. Oh. Oh. Voll im Psycho hier. Voll abgefahren. Nein. Ich hasse. Was? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es auch. Ich bin da so schlecht drin. Nein. Krap. Ja, hier wird getötet. Ja. Oh, schuld. Ich bin da. Ich bin da. Ey. Der Störung ist nur hinter mir. Guck dir mal an, ey. Der fährt von da hinten. Das waren hundert Gegner, die der machen könnte. Der fährt nur zu mir. Du blöder Pisser, ey. Beschwinde. Der hätte euch 20 Mal abschießen können. Nur zu mir fährt der. Ich nehme als ein Ziel in Target dann. Oh, mit. Jetzt. Oh Gott, die Störung ist gekommen. Ja, die ist wirklich gut. Huuu. Nein. Nein, ich kann fahr jetzt. Nein. Hadex. Ich bin die Drache. Shit. Aber ich war ganz gut. Ich bin... Oh nein, war nicht gut. Ich bin Zweiter geworden. Oh, ich bin Vierter. Ja, Tritt. Ich habe eine Person irgendwie getötet. Wieso bin ich Dritter, wenn wir gleiche Punkte hatten mit Kim? Wenn du vielleicht als Letzter die Punkte bekommen hast. Wer weiß. Also Kleine, das hat bei dir Dritter stand und nicht auch Zweiter. Hallo, Kiox. Er juckt. Wer ist dran? So. Ich überlege gerade, welchen Weg. 3, 2, 1, entscheide dich. Resident Evil 8, wenn du meinst. Ja, werde ich ganz sicher spielen. Aber im Moment noch nicht. Erstmal lassen wir die ganzen Großen machen. Die machen das dann erstmal ein bisschen matschig. Und dann... Oh, dieser. Gutes Spiel. Ja, war ein Wahnsinn. War nicht gut. War immer gut eigentlich, oder? Das Wii-Spiel war gut. Man kann nie das falsch machen. Das nächste Teil kann man sich streiten lassen. Boah, wie? Oh, vollkommen. Hoi! Uh! Oh, mein Controller, der will nicht. Der zickt. Stört sich mit Tastator schlechter, oder? Nee, nö. Weiß nicht. Bei so Rennspielen oder sowas finde ich mit dem Controller schon ein bisschen angenehmer. Ich weiß nicht, ich war mit Kim Zweiter, aber ich weiß nicht, wie das gerechnet wird. Das Spiel ist lustig. Das ist sehr, sehr lustig. Es ist wie Mario Party. Nur Mario Party ist natürlich immer... Von Nintendo ist natürlich eher mehr kindig. Aber es ist immer schön. Und das ist ein bisschen, äh, brutaler. Ich würde eher ganz ehrlich sagen, das Spiel hat so ein bisschen was von Mario Party und Worms. Ja. Worms, wo man Bomben und, und, und Waffen nutzen kann. Hm, ja. Das ist eine Mischung aus Mario Party und Worms. Das passt eigentlich ganz gut. Wurdest du geheilt. Ja. Mal gucken, was kommt. Ah! Oh Gott. Das hab ich bei, das hab ich bei euch im Stream gesehen. Das hab ich nicht gekonnt, ey. Das ging eigentlich gut. Ich wusste, das... Ich wusste einfach nicht, wie ich, was ich treffen muss. Weil wir den Ball treffen, oder? Ja, weil... Ja, den Ball in dem Kreis treffen. Richtigen Reitpunkt. Ich bin ganz rechts. Ich bin ganz rechts. Ich glaube, es geht wirklich zu nem Zeit, du musst drücken, wenn der Ball auch im Kreis ist, nicht wenn er im Kreis sein würde, wenn du triffst. Ah! Wieder Letzter. Mach dir nichts draus. Mach dir nichts draus. In manchen Spiel ist man immer am Anfang Letzter und dann irgendwann gekommen, das raus. Jetzt habe ich es gerafft, wie es ging. Aber ich habe irgendwie das letzte Mal das Gefühl gehabt, dass ich das richtig getroffen habe. Ich habe aber null Punkte die ganze Zeit gemacht. Durchgehend. Aber jetzt habe ich es irgendwie gerafft. Ich glaube, ich gehe erstmal da, denkst. Worms müssen wir auch mal spielen. Ja, aber dann macht der IMD mit. Das habe ich damals bei IMD gespielt. Da haben wir uns gegenseitig gehasst für Monate lang. Also bei Worms wäre ich definitiv auch dabei. Ich habe es nicht. Es gibt ja ganz viele Worms. Wir müssen mal gucken, welches wir haben. Ich glaube, ich habe das Worms Revolution? Evolution? Wie war es? Wer ist das? Kim. Wie viel kostet die Nummer? 40, ne? Ja, na. Ich habe nicht drauf geahmt. War 40, oder? 40. 40. Ich habe schon wieder nicht hingeguckt, verdammte Scheiße. Ich bin auf dem Todesfeld. Und mein, ähm, Kaktus hat sich aufgelöst. Ja, wie wird das? Ich bin auf dem Todesfeld. Und mein, ähm, Kaktus hat sich aufgelöst. Ja, wie wäre es nochmal mit... Ich bin bestimmt. Oben kann man langlaufen. Einfach den gestrichelten Punkt. Danke. Juhu. Ich frage mich, ob man die ausstellen kann. Daddl. LP mit Daddl. Dankeschön. Oh, das ist ganz gut, dass die da sind, Kim. Was kann man ausstellen? Achso, diese fliegenden Punkte, oder was? Oder was meinst du? Ja, ja, ja. Aber die sind doch uninteressant. Ja, doch. Praktisch sind die schon, ja. Praktisch? Was machen die denn? Die bringen mich zum Ziel, oder was? Ja, ja. Ich bring dich zu dem Pokal, ja. Aber es gibt doch jetzt drei Kisten, dann dürfte das doch gar nicht das Richtige zeigen, ne? Das Nächste. Guck, das wird nämlich das Nächste gezeigt. Hier, seht ihr? Hm, nein. Nicht immer. Ich glaube, der wählt sich einfach eine zufällige aus. Ich guck, ich guck gerade, äh, äh, ich weiß, äh... Blö, ist doch immer die Richtige. Hat's doch bei dir gerade auch gemacht. Ich guck gerade nur, welchen Weg ich noch wählen könnte. Seht ihr mich? Hier kann ich nicht hoch. Einfach so anders zu laufen. Hier, hier. Oder hier kann man hier mal langlaufen und dann wieder zurück. Und dann hier lang, ne? Das ist der kürzeste Weg, was dir hier noch ausgeht. Ja. Das ist halt das kürzeste Weg, der zu der ihm anzeigt. Äh, vier. Eins, zwei, drei, vier. Was ist das da hinten? Müsste ein Geschenk sein, ne? Ja. Ich will langsam mal eine Atombombe oder sowas. Ja, die Bienen war ganz cool. Oh, die Messe-Tazi ist vollbracht. Ich fand den rollenden Dödel, fand ich mal so lustig. Was war's? Der rollende... Aubergine. 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 Oh. Och, ich will aber da lang. Beides ist kacke. Beides ist kacke. Links auch. Ich geh da lang. Ein gutes Verhältnis, gehst du? Ah. Hm, da. Ich bin eine Biene. Genau, ich hab einen Bienenstock dabei. Komm ruhig mal in meine Nähe und kriegst einen Bienenstock. Hätte gesagt, du hast einen Under-Biene, aber gut. Hm, hm. Dex hat vieles. Richtig. Was ist eigentlich für ein Geräusch im Hintergrund gewesen grad? Irgendjemand hat gelacht. Irgendjemand hat eine Frau im Schrank, versteckt, eingesperrt. Ja, das könnte so wenig passen. Kim hat eine Frau im Keller, versteckt, eingeschlossen. Hallo Severed. Ach, das doch nicht. Nicht? Nein. Was soll doch Raffi nicht rauslaufen? Das wüssten die anderen, die ja da sind. Oh, das kennen wir doch gar nicht. Oh. Was macht das? Das macht den Boden kaputt. Land entfernen unter allem anderen. Oh gemein. Das klingt interessant. Oh, das klingt witzig. Ich werde sowas von sterben, aber das klingt mega lustig aus. Nehmen, springen? Und wie nimmt man was? Lef. Lef. Beziehungsweise. X. X. Steht doch bei dir da. Achso, nehmen und werfen. Ja, okay. Stimmt. Ich war jetzt gerade mit dem anderen beschäftigt. Zielen. Ach du Schreck. Ich mach das lieber mit der Tastatur. Ja. Das hab ich hier auch gerade überlegt. Na dann, wann los? Das könnte interessant werden. Wir sind so viele. Wie nimmt man nochmal? Einfach drüber laufen? Oh Gott. Die X-Page in der Nacht. Ja. Bin daneben gefallen. Darfst auch nicht in die Summe rein plumpsen. Ne. Ja, das ist mir passiert. Nein. Ich war doch noch. Nein. Alter, Dreck Penny. Nein. Wir sind schon runtergerutscht. Nein. Ich bin auch runtergerutscht. Ja. Was für ein Locker. Sehr gut, Penny. Siehste. Erstmal erster. Direkt nicht schief. Das erste von vielen. Ich bin gerade runtergerutscht. Storn, du bist doch gerade so voll der Vogel gewesen. Du hast dich selber ganze zerstört. Du hast mich bei dir gesehen und hast einfach plötzlich alles bei dir hingeworfen. Und hast uns in der Luft zerstört. Ich wollte, dass niemand zu mir laufen kann und dann alle Bomben wegwerfen sozusagen, als ich auf der Insel bin. Dann bin ich abgerutscht. Ja, das war auch mein Ziel. Ich hatte eine schön große Innensitzungsschlüssel. Ihr habt euch alle gegenseitig genervt. Ja, ich hatte mich erst auf die andere Seite konzentriert und auf einmal kamen von Benny die ganzen explodierenden Bomben. Kann man sich drehen, um mal zu sehen, was da vorne ist? Bei einem dritten Feld rechts. Ah, kann ich schon gucken. Oder nur ein Heilfeld. Eins, zwei, drei. Düssel. Ein Ausrufezeichen. Düssel. 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 Okay, das sieht so. Du wohl mal, guten Abend. Düssel. 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 ausgezogen und dann ist mein t-shirt mit hochgerutscht und dann sieht man meine nippel oh mein gott das wurde direkt geklippt kannst du nur ja zieh doch auch mal dein t-shirt auf zeig mal deine nippel ich glaube das wird auch geklippt das wird auf ewigkeiten dann irgendwo anders hingeklippt ja aber nein datenmoder ja haben wir findest auf youtube echt cooles spiel können wir noch mal spielen das ding ist rafa könnte das jetzt tun ich würde es aber nichts nicht sehen ich habe keine webcam aber keine funktionierende web das ziel ist pokale zu gewinnen man kann pokale in diesem game gewinnen man kann pokale in diesen mini games gewinnen und man kriegt noch am ende die games nicht doch wenn du wenn dieses speziell spezielle dings wenn der wenn mich jemand herausfordert zum beispiel ach so ja da kannst du ja auch nur pokal oder am ende wenn wenn man diesen achievement ja das ist ein rennen ja das steuern sich wie in der pfanne aua sehr schön auch wenigstens keine kollision mit den anderen ja das wäre noch schöner band ach du hast aber auch direkt zu mir du hast ja nicht mal irgendwie das ist auslaufen ich bin gewohnt mit dem ketten mit dem auto durch die küche zu fahren so ganz so gut bin ich aber gerade auch nicht fahrrad überall gegen das ist genau hinter mir sehen mich sein arsch in meiner hausen ich bin hier überbandet ein der wäsche kopf ah äh 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 oh gott aber ich bin auch nicht mal ansatzweise am ziel oder ja jetzt habe ich hier jetzt habe ich tatsächlich irgendjemand überholt ich bin ein spiel kennt so für die autos würden auch noch kaputt gehen wenn man überall gegen fährt ich würde nie im katz hier dann kommen oh nein oh nein oh nein wenn du einmal irgendwo gegen knallst leute dann kommst du nicht mehr weg boff das ist die autos diese gegenstände die ziehen dich föhnen nicht an ich habe den bogen so lange am raus hey man dass du auf die idee gekauft hast die lassen sich echt nicht mehr los die gegenstände schlimm oder schrecklich hätte ich gedacht dass ich dich noch überhole null ja ich bin ja ob die grad ich kam gerade nicht mehr weg die gegenstände die knallen wo du irgendwo gegen knallst kommst du nicht mehr weg boff oh gott ich habe mich irgendwo verpackt das ist mein job mach nicht die kim ich bin in der wand drinnen hilfe fahr rückwärts ja bis hin ah jetzt das bist du hä oh man hä wieso bist du erster ich bin doch erster ich bin vor dir ins ziel nach zwei runden ist gewinner achso ja jetzt habe ich ich habe neun spitz genommen bekommen schätze ich mal rafa kim nein rafa guck mal in den chat der dex ja ja warte kurz bier versteh ich nicht ach kims sekretärin rafi sekretärin ja das ist ein insider aus rafa stream ja kim ist neuerdings meine sekretärin nachdem meine sekretärin gestern ihren job irgendwie nicht gemacht hat ja danach musste ich aushelfen ich habe es nicht getan ich habe ihr chat abgefackelt aber du hast mehr getan als sie das ist wahr ach schade ach gut ja ich finde es witzig danke sehr schön mit der shotgun kannst du hättest du dex jetzt abschießen können ach man ey der ist mir zu gut gefahren und dann das war aber grad echt schrecklich bum 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 ja ja ich kam nicht mehr weg einfach das hat sich immer durchgezogen hast du nicht genug schlüssel benni das ist gar nicht die truhe oder ich habe mich verguckt ich weiß es nicht 1 von 3 man weiß es nicht genau man kann es nur vermuten gleich gleich kommt dex an ah danke wenn du es nicht genommen hast dann ist das so oh wow was soll das weg verschlossen ok noch ein weg verschlossen ok hast du extra gemacht was wusstest oder ist das passiert einfach durch das ist zufall gewesen ach so macht mir 8 ich spiel das hier auch die webs zum ersten mal lexen ach hallo oje oh nein du kannst du jemanden rausfordern ich führst mir die vokale und wenn jemand im flut drauf geht kriegst du das leben von der person auch um das nochmal zu ergänzen mh links würde ich nicht gehen ich weiß gar nicht wo die kisten sind gerade komplett die orientierung der kisten verloren du bist aktuell auf dem weg zu einer ist das das war das was ist das für was war das was ist das für ein spiel meine ich Buchstabiere. Es kommt ein Wort und das musst du dann nachdippen. Ach, man muss auf seinem Kopf halt mal ein Wort und das muss man dann... Ahhhh. Oh Gott. Man kann aber andere auch hindern, wohin zu laufen. Ja, wir können uns gegenseitig wieder verprügeln. Thanks. Und mit Leertaste wählst du den Buchstaben dann eben entsprechend aus. Oh Gott. Haben beide denselben? Okay. 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 Ich bin mal gespannt. Ich muss gerade überlegen, wo werden die Wörter denn angezeigt? Über den. Über deinem Kopf. Und jeder hat das gleiche Wort. Oh Gott. Was? Oh Gott. Das mache ich nochmal. Mit was wähle ich das nochmal aus? Wo ist das? Wo ist das Buchstaben denn? Oh Gott, oh Gott. Ich sehe nicht, wo die Buchstaben sind. Hä? Jetzt hat sich das wieder geändert. Ja. Wenn einer fertig ist, dann... Moment, wo bin ich jetzt überhaupt? Ach da. Ich sehe mich nicht. Wer schlägt mich denn immer? Hä? Ganz sicher? Wenn einer fertig ist, dann wird das Wort beendet. Ach so, war schon jemand fertig? Ja, Benni. Zweimal. Oh wow. Okay, dann brauche ich gar nicht mehr mitmachen mit dem Wort hier. Oh, wo ist der Buchstaben? Wie haut mich überhaupt nochmal? Seh mich nicht. Äh, Quatsch. Na? Ich bin immer noch gestunt. Ich stunde dich die ganze Zeit. Warum nur mich? Ich stunde einfach alle, weil ja alle gerade in der Nähe sind. Ich hab wieso das Wort kann ich wieso nicht mehr machen, aber jetzt... Oh, okay. Wo ist das, ey? Alter, wer hat mich H.O. gehauen. Boah, ich seh nicht mehr. Ey, du gehst nur auf mich, du Arsch. Ach da. Oh, ich seh mich nicht mehr. Wo ist der Buchstabe? Boah, wo ist das? Ah. Los. Wo ist A? Alter. Ist doch mal, ey. Ganz ehrlich, ich hab... Ich hab überhaupt gar nicht auf die Reihe bekommen. Ich hab einfach nur geschlagen, Benni. Jeder der Mimik kam hat halt einfach nur auf die Reihe bekommen. Ich hab's nicht geschafft. Du bist mir hinterher gerannt. Nein, ich hatte mal... Wir hinterher, wir müssen auf die gleichen Buchstaben. Genie. Ja, das gleich ist die in der Reihe. Ja, nur mach. Ja, falscher Knopf. Also es geht, glaub ich, neun vorwärts, ne? Auf jeden Fall macht's Decks weg. Das war keine so gute Idee. Boah, ich hab so viele Schlüsse schon... Da hinten ist er gelandet. Ich hab so viele Schlüsse schon verloren. So viele, die ganze Zeit. Boah, Mensch, ey. Boah, das mit den Buchstaben, das fand ich gerade voll kompliziert. Ich hab das nicht auf die Reihe bekommen, die Buchstaben zu finden. Das war H, B, C, D... War keine Tastatur, sondern Buchstaben alphabetisch geordnet. Ja. Couch Girl, guten Abend. FAUST! In... 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 Fressen. Wie kann ich die benutzen? Äh, jetzt mal X drücken und dann musst du sie lenken. Ja, die können... Da oben hinter den zum Beispiel ist Stone. Andere Richtung. Einfach mal rein die Treppe hoch. Schnell machen die, er explodiert gleich. Weiterrollen, weiter, ja, weiter. Jetzt musst du bei Stone bleiben. Und die explodiert dann der Zeit. Tschüss. Der Nebste, der vorbeikommt, krieg ich die Schlüssel. Du kannst selber deinen eigenen Schlüssel nicht aufmachen. Ich will hoffen, dass ich mal ein paar Schlüssel bekomme. Anstatt ihr ganz halt immer welche wegbekommen. And... DAUANTE! Ich hab jetzt schon... In jeder Runde, glaub ich, hab ich Schlüssel verloren. Ja, ich glaub ich, in jeder Runde. Dexisch hängt dir die Schlüsse von Stone Da hinten eine Leiche von Stone Ja, deine Granate Die Kiste war das nicht, wie ich wusste Ja, ich wollte auch da hin, aber die scheiß Rakete blinkt in den scheiß Punkteninterieur, du kannst nicht lean ihn nach oben Dreckskug Ja, ich hab dich tot gelacht, als Stone line zu weit geflogen ist Hauptsache Okay, ich weiß welche Kiste es ist Ich auch Der Strich, ne? Ja Ja, genau Das Fünfeck Das Dreieck passt schon Das Herz Der Mond Der Mond Der Mond Fieck Kein Dreieck Oh cool, ja, das meine ich was Oh, ich muss das mit der Maus machen, weil das geht nicht mit dem Die Joy-Bad Geht das nicht mit die Joy-Bad Die Joy-Bad Doch, ne, doch schon wieder Ach nee, das fand ich letztes Mal so blöd, ey, ich hab das nicht gerafft Teile gehen einfach runter Ja, ja, genau Du kennst das doch noch aus Genshin, das Event, Benni Ja Genauso erschüttert wie ich Das war genauso erschüttert wie ich da bin Wir können es nicht Ich bin runtergelaufen Ich bin runtergelaufen Das ging schneller als er wartet Nein! Ich mach zwei Text Das war unfair Das war unfair Das hast du gewinnt Versuche es Kannst du wissen Kann das auch mal jemand zu mir sagen, hallo? Du Dex, du verlierst Dex, du verlierst Aber bei mir leckt das Zuschauen voll krass Ja, Errungenschaft Ja, zieht hoch Nein! Komm, ich nehme Ja Entschuldigung Nein! Das ging ja schnell Ich denk, das geht von Runde zu Runde schneller Ja, ja Ja, letzter Dex, hast du gewonnen? Was willst du denn überhaupt? Ja, aber ey Wo ist der Chat? Der muss hier schreiben Dex, 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 Dex Mindestens einer von den 90 Zuschauern Da hat doch einer Da hat doch einer geschrieben Alle, meine ich Alle müssen das schreiben Eine hast du gesagt Du hast gesagt, mindestens einer Und einer hat's geschrieben Ich will mehr Achso, ich bin... Oh Ähhh Wenn du mehr willst, musst du mehr zeigen Weißt du doch Noch mehr Nippel? Mehr Nippel Mehr Talent Oh, you touch my tralala Ähm, guck mal hier Seht ihr den Cursor, ne? Ja Also, der läuft jetzt nach hier Und dann Links oder rechts Das macht der denn dann? Nach oben Oh Woher weißt du das? Nach unten Sicher? Ich hab nach oben Ihr rückt über den Baum Und dann auf der anderen Seite Geh mal nach oben, Dex Geh mal hoch Ne Da Ja doch, ja unter Gehste? Nach oben Okay Warte mal, woher war's jetzt? Hahaha Musst du nicht wissen, Dex Musst du nicht wissen Hahaha Mit zwei brauch ich das echt nicht wissen Mit zwei Streppen Was ist das nochmal? Dick Achso, oh Boah, schreckliches Portal Zeugs Mir war's Ich wollte dich mal zu Dex bringen Ich dachte, wir brauchen ein bisschen Zeit Samt Wie war's denn gewesen? Kim? Mich Ich bin sowieso mit der Kim zusammen Wisst ihr das übrigens? Das wisst ihr alle gar nicht, ne? Ich hab sie auf der Gamescom gefragt, willst du mit mir gehen über die Gamescom? Hat sie gesagt, ja und dann sind wir über die Gamescom gegangen Seitdem geht sie mit mir Seitdem geht sie mit mir Aber ich bin auch schwul Weil die Kevo ist mitgegangen Ich mach's mit allen Wer war eigentlich noch dabei? Wer war's eigentlich noch? Der Erik war auch noch dabei, glaub ich Ne? Erik und Zoe Ich bin auch noch dabei, glaub ich Bei euch Ich bin halt irgendwann über dich nicht Sondern man merkt nicht, dass du da bist Mit Kim? Erik Erik war erst mit mir unterwegs Und wir sind zu euch gestoßen Also Kevo Kim und Kim waren zu zweit immer mit bei mir Die ganze Zeit, glaub ich, oder? Ah Oder Äh, ja Ne, Kevo Ja, Kevo hatte Zu dem Zeitpunkt Willst du mit mir gehen? Was? Ja, nein Vielleicht Warten wir nochmal Nein Äh Sag doch einfach noch mal Nein Nenna Dankeschön für den 18 Beziehs Naja, ich bin ja glänzend Nein, du ich Ja, nein Niemals würde ich einen übersehen Sieh Arsch Steffi bei den guten Abend Und Skylar, guten Abend Elisa, guten Abend Warum beschreiben sie dann so? Wen wird's da wohl gehen? Ich frag mich, was passiert, wenn man da auf diesen Auf das Ausrufezeichen kommt Julia Leckt das bei dir? Immer noch? Äh, nee Weil grad dein 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 Cursor, wo du Wolltest grad gucken, wo du grad langlaufen kannst Oder so ähnlich Das leckte grad total Ja, das leckt bei mir Bei Benni gerade Haha Ja auch, bei ihm Total gut Bei mir läuft's ganz flüssig Auch beim Zugucken Leckt das irgendwie Ja Ganz gut Äh Yep Wow Vielleicht sind die Die großen Online-Server Down Oh Gott, was ist das denn? Oh nein, nicht schon wieder Bombervan Diesmal nicht Da hab ich die letzte Runde Haushoch gewonnen Da hab ich die letzte Runde Haushoch verloren Apropos, ich muss mal nebenbei meinen Kopf abnehmen Was war ich? Ich glaub, letzt Vorletzter oder sowas, ne? War ich gewesen oder so? Gott Nee, gar nicht wahr, ich war viert oder so Ich bin da Bei mir war das so, dadurch, dass ich so ein Upgrade hatte, konnte ich nichts Nichts machen Bei der zweiten Runde Das ist halt wirklich einfach Bomberman Ja, das ist Bomberman, das ist ganz simpel, ganz entferntes Bomberman Aber mir leckt das kreis beim zuschauen Ich hab mich gerade selber gekillt Ah Ich hab mich auch laggelassen Das war jetzt nicht Boah, es leckt aber total, um bei euch zu zurückgucken Ist ja unangenehm Ja Tschüss Ich hab nicht auf mich geguckt, ich hab auf Waffe geguckt Hä? Auf Benny Nee, auf Benny hab ich geguckt Nein, aber auf mich kam der explodiert Gibt noch ne Runde Achso Nächste Runde Ich hab auf Benny geguckt Oh, so fein Ja, das finde ich auch ziemlich schwierig, weil sich zu konzentrieren Ja Mann, ich hab auf dich geguckt Benni Du wirst nicht gucken Du wirst spielen Ja, ich geh Dann gewinn jetzt auch Aha B Y Aufkommen Oh hasi Das hast du Was hast du Nein Oh Gott nein Nein Ka-maim Mach auf Rauh Häl Das war das Gefühl des Pentagramms, was wir hier erschaffen Tanteff. Ja, ich weiß irgendwie, dass passiert jetzt vielleicht irgendwas. Oh Gott. Oh. Lucky. War echt lucky, ja. Und bei Meermachen, außer einmal kurz Bombelegen, direkt hier zugelaufen? Ja, nein, das muss auch. MEN! Nein, das hält nicht! Ich kann nicht... Oh, ich bin letzter, wow. Das zählt jetzt gerade wirklich? Oder was? Anscheinend. Oh Mann, ich wollte gerade noch hingehen, wollte ich zubauen. Ich bin gerade gestorben, am Ende nochmal. Also die Runde war ja schon vorbei, ich konnte nicht mehr gehen. Und da bin ich nochmal gestorben. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich lang muss. Mann, wie oft war ich jetzt schon Zweiter, ey. Zweiter ist aber uninteressanter Platz, kennt ihr ja. Champions League, zweiter Platz, interessiert keinen. NBA, zweiter Platz, interessiert keinen. Tennis, zweiter Platz, kennt keiner. Keiner kennt mich. Vubelpartys, zweiter Platz. Yeah, Party! Ja, immer gut, Party! Vubelparty, ein und da. Aber dann landet man nicht im Käfig. Ich weiß echt nicht mehr, welche das war. Äh... Wie ist das aus? Kann doch eben jetzt. Du hast sowieso nicht genug. Ich hab keine Dings. Kann meiner Storn töten, da steht... Äh... Warum nicht? Raffi! Hä? Wie? Ja, Raffi darf. Warum willst du nicht töten? Raffi steht da vor der Kiste. Ja, aber du hast meinen Platz geklaut. Ja, aber du machst mich gar nicht in der Lederkiste. Du kannst gar nicht mehr hin. Das muss mal meiner Sache sein. Wer war's jetzt? Kim? Raffi. Raffi. Wie war das? Ich dachte, die Kirchen kommt, was sich in euch zwei Raffi isst. Kim. Helft auch. Okay. Hab sie. Hab's. Herz. Ja, ich hoffe ich hab's. Och. Gucki! Oh boah, Herr Woewung! Ohag. Mr antioxidants, harm, 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 harm tun. Guck nah, virall... Na, imm etMartin, mattin, 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 mattin. H Bin wieder da mit Neuer Frau und Tastatur. Neuer Frau und Tastatur... Aber nicht draufhauen. Das zählt dann als Gewalt. Hä? Wahrscheinlich hat man ja gar nicht... Was sagt der...? War zu hell! Was war das jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Es war einfach zu hell! Hä...? Juckd hat geschrieben, für uns warst du immer Erster. Ist das schön. Hi. Warum hast du nicht auf? Auf, 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 mach sie auf. Und Skimmy, findest du die Linie jetzt besser, oder immer noch scheiße? Duglaut, Gute Nacht. Ich hätte auch was ohne die Linie, aber wir können es ja meistens mitlassen. Ey, die brauchst du halt, weil es funktioniert in der Rakete nicht. Beispielsweise. Schade, alle kriegen hier shotguns und tolle Waffen, ey. Ja, außer mir. Du bist ein Kaktus. Ich bin ja immer grün. Zählt das nicht als Naturkaktus? Ach, Dex hat er auch schon einen. Dings der Boomster. Was? Ein Pokal? Warum auf mich? Ich hab noch nie was Pokal. Dex hat Pokal. Stimmt, Dex hat auch einen. Weg! Nein! 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 Es geht ja doch um die Leute, die einen... Nein. Doch. Nein. Oh Gott. Was ist das? Das war ja für letztes Mal verpackt. Du kriegst eine Linie... Leiste... Ne, das war nicht verpackt. Ich glaub wir waren einfach nur zu blöd. Merke dir die angezeigte Hunde, wenn du alle gesammelt hast, bringe sie in den Kochtopf. Achso, ja. Du musst sie in der richtigen Reihenfolge sammeln und das Zeug respondt nicht. Das heißt, wenn du nicht schnell genug bist, dann... Und das ist vielleicht die Arschkarte. Vor allem, da steht noch, merke dir die angezeigten Zutaten, wenn du alle gesammelt hast, bringe sie in den Kochtopf. Ich muss grad ehrlich sagen, die Bilder, die Bilder, die verwirren mich total. Das sind manchmal, die sind so ähnlich aus, dann laufen wir immer zu den falschen Sachen rüber. Das Ding ist, total wurde das bei einigen nicht angezeigt. Ne. Du musst dir gleich mal sagen, ob's mich angezeigt wird oder nicht. Auf Gott. Ne, es wird dir ja nicht angezeigt, ich seh nix. Orange und Apfel. Orange und Apfel. Orange und Rot. Na toll. Ich meine, das muss man drücken, um eins zu sammeln. Wer darfst du? Wie geb ich's ab? Wer darfst du? Gar nicht. Einfach dahin laufen. Ich weiß nicht, was soll man nehmen? Oh, ich hab das Richtige. Nice. Orange und Apfeldeck. Oh, ich hab's noch nie geschafft. Das ist doof so. Das macht keinen Spaß. So verliert man Punkte und das Spiel. Was seh's mal? Oh mein Gott. Aubergine. 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 Ich hab nicht verstanden. Was müssen wir nehmen? Aubergine. Salat. Aubergine. Aubergine. Wie kann man's nochmal ablösen, wenn man aus gesehen was Falsches genommen hat? Also ich muss das alles gleichzeitig nehmen, ne? Jaja. Ja. Aubergine. Salat. Aubergine. Wo ist Salat? Ja. Oder? Ganz oben. Links. Oh ja. Und es ist oben. Ja. War zu spät. Das macht keinen Spaß. Da sind Punkte verloren. Die dann am Ende dann gut wären. Kurkürbe. Kurkürbes. Ich hab keine Ahnung, wo Süße ist Bad, oder? Doch. Wo ist die? Ich hab keine Ahnung mehr, was es war. Bei Gurke, Kürbis, Karotte. Wir müssen nicht die richtige Reihenfolge sammeln. Ich kann das trotzdem abgeben. Es gab keine Gurke. Das macht einfach keinen Spaß. Man kriegt da gar keine Punkte nachher am Ende. Verlierst du so viele Punkte am Ende. Das ist doof. Ja, das ist echt scheiße, das Minicam. Ja, das ist nicht so schön. Wenn man den Namen sieht. Ja. Aber Benni hat fast genauso viel Schlüssel für mich. Benni hat Welpenschutz. Diese eine Runde noch. Oh, meine Pizza ist da. Guten Abend, dann gehst du schnell weiter. Der Waffel jetzt zumindest noch. Ist ja gut, warte kurz. Ah, ich häng im Menü fest. Oh, dann würfel ich jetzt einfach so. Bin gleich wieder da. Ist gleich. Ich hab gesehen, Bauder Room. Das ist ein ganz neues Update mit Zwiebeln. Onions. Oh, ich weiß. Ich wär... Waffe. Herzlichen Glückwunsch von Tarsi. Ja. Sehr gut gemacht. Die Gerät war... Ah, jetzt ist die Ruffy nicht da und kann das nicht sehen. Selber schon. Das ist Pech. Dafür hat sie ne Pizza. Hä. Ich glaube ich weiß es. Sicher bin ich mir grad nicht. Ich bin mir immer sicher. Ich hab irgendwie bei diesen Spielen nie Probleme. Nie. Das Ende war ganz sehr schnell. Wieder. Ja, das Ende war grad verwirrend. Ja. Eins, zwei oder drei, Ruffy. Ich glaube ich weiß es. Hä? Tja. Eins, zwei oder drei. Julia hat nen Kelch. Jetzt kannst du raten, welche Truhe es ist. Ja. Jetzt ist es ne neue Truhe jetzt. Jetzt ist es ne neue Truhe. Ja toll. Das habt ihr absichtlich gemacht. Wo ich gerade bei der Pizza geholt hab. Na klapple. Dann fährst du jetzt die Pizza. Ja. Ja, schön. Kann ich so gut gebrauchen. Pizza ist aber noch glühend heiß. Beste Zeit sie mit einer Schere zu schneiden. Ja. Pizzarolle für sowas. W-w-w-wom hat's mal der Schere? Nein, Zeug. Wo macht jemand das Gefühl? Jetzt hab ich viele Schlüssel, das abzieht. Und Items. Der Magnet ist echt fies. Guten Hunger. Ja, ich bin wieder bei Unpack. Danke. Bon Appetit. Bon Appetit. Danke. Aber ich muss noch warten bis die Pizza abgekühlt ist. Ich hab aufgeachtet, wo die Kisten hin sind. Als die Ruffy gekommen ist, hab ich irgendwie grad nicht mehr aufgepasst. Da ist eine. Und da sind die anderen zwei. Das kann ziemlich spannend sein, Dex. Oh, die sind alle zusammen. Einigermaßen, ja. Wow. Was leckt denn das, dieses also? War euch leckt das, ja? Ja, Zuschauermodus leckt. Zuschauermodus leckt. Liegt vielleicht am Haus, könnt ihr mir vorstellen. Könnt ihr mir vorstellen, dass es an der Karte, Digga. Der Horst ist schuld. Nein. Ich hab doch schon gar keine... Blatt! Was? Ich hab gutes Internet. Danke für deine Spende, Digga. Okay, ich muss mir gleich noch... Ach ja! Ja! Späck! Dex Revanche! Shooter! Ich hasse Shooter! Und One-Hit-K.O. Spiele auch viele Shooter. Ich kenn keine Ahnung. Das Ding ist, einmal schießen, One-Hit-K.O. Und Waffen musst du mal neue sammeln. Und... Hi, Dex! iPhone-No! Doch, nö. Lse! Ne? Oh, wein! Ich usu. his hold! Oh, ne, stimmt, das hab ich ja mit dem wont 근- Ich wollt grad sagen, irgendwie geht das grad bei mir nicht? Warum krieg ich das nicht auf die Reihe? was wieso hab ich daneben geschossen ich hab dich getroffen Dexon du hast mich getroffen never davon wusste ich was Dexon killed grounded was nein wie hast du mich auf die entfernung getroffen das skill 100% skill ja klar ok ich wechsle zur Maus und Tastatur ja das ist ja Maus und Tastatur bei sowas was willst du denn sonst machen ich hab zumindest eingetötet oh gott guckt euch mal die Punkteanzahl an irgendwie hab ich das Gefühl Dex kommt mit diesem Shooter verdammt gut klar ja ich kann einfach Shooter sag mal irgendjemand bitte was das glaub ich noch nicht mal ich nein au das gibts doch auf welche entfernung kannst du diesen Scheiß ich stehe ja neben dir ich hab nur einen mal gekauft ich hab auch ich hab auch nur einen Kill gemacht eieieie und auch erst nachdem ich auf Maus und Tastatur gewechselt hab das war echt bitter oh ich bin der zweite verdammt dass sie mir die ganze Zeit die scheiß Schlüssel klaut hat jemand irgendwas an Explosiv ne Material ich bin wie so als fast letzter Mann ich schneide nicht immer schnell meine Pizza ja wie machen wir mal Kuva Gegenstände ne achso Kuva X war ja hier so ok X ich glaub ich spiele das jetzt auch mit ah man das muss man mit der Tastatur bei mir grad machen ich mach das auch grad mit der Tastatur Dex das geht tatsächlich und wie nutzt ich das jetzt? achso ich mach jetzt auch mal mit Maus und Tastatur kann man eigentlich da auch mit einer gewissen Chance den Pokal klauen? ja mit diesem Mini Game Computer was ist das? was ist das? was ist das Totenkopf Zeichen? das ist ein Gegenstand das ist ein Gegenstand wow du hast die Qual der Wahl weg von der Truhe oder sterben wobei wo ist eigentlich der Friedhof? na keine Ahnung ich hab keinen Rock zu verlieren ähm ok ich glaub der ist in der Nähe von der Truhe sogar ja weil aber warum wie hast du das gemacht und warum hast du das gemacht? ach da bin ich wieder wow das ist ja ich komm ja echt schnell voran Stone bring Dex um wieso ich? der ist frech wie willst du? ne ok da ist er du hast mir meine Schlüssel geglaubt also rache er hat eben ein Aimbot benutzt er hat dir nur geholfen deine HP wieder vollzufüllen ja so kann man es auch sehen wegsehen die Felder eigentlich irgendwann oder sind die für immer? nein per Mal für immer beispielsweise können wir auch so spielen nicht auf die Felder sondern direkt auf die also nicht auf die also nicht auf die Profilien sondern auf die Felder zu gehen mit der Abrissbonne kann ich da ein Ziel auswählen? ja ja das habe ich doch einmal bei dir gemacht das ist lustig ja du hast das bei mir gemacht also mache ich das bei dir ich finde den Smiley auf der Abrissbirne so gut Schweinerei erinnert mich an Serious Sam erinnert mich an Battlefield was war es? Battlefield 4? mit der Granate mit dem Gesicht drauf mit dem Smiley nee das war Bad Company Bad Company Bad Company Battlefield Bad Company genau ich glaube der erste ich weiß es nicht genau aber es war Bad Company war der erste Teil ja da gab es noch einen zweiten stimmt ja einfach weil ich es kann Hörger du hast ihn doch nicht richtig getroffen er hat Juckreiz doch doch normalerweise landet er doch auf dem Kopf er hat Juckreiz und dann, wenn du gewinnst, kannst du den Pokal haben. Danke für die Info. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Nur so ganz kleines Info. Ruffy und Stone haben noch 7 oder 8 HP. Nur so, wenn hier jemand umbringen möchtet und es die ganzen Schlüssel über rumliegen. Du frähst aber nicht alle Schlüssel. Aber viele. Und der Weg. Der Weg ist das Ziel und der Weg ist der Fudge. Denn der Weg wird kein leichter sein. Richtig, und das ist das Problem. Der wird ganz sicher nicht leicht sein jetzt hier. Der wird aber auch nicht steinig. Doch, neben dem und dem Steine. Das sind einige Steine, einige Steine, einige... Ja, wir verstehen schon. Dieser Weg wird nicht schlüsslich sein. Bitte nicht. Dieser Weg wird schlüsslich und schwer. Gott. Was ist das? Oh, das ist geil. Oh, hier. Splatoon für Arme. Nein. Ich hasse sowas. Snake, ne? Nee, rumlaufen und Felder einnehmen. Splatoon, das ist... Je mehr Felder dir gehören, desto besser ist es. Okay. Und du nimmst Felder ein, indem du über die rüberleierst. Und du kannst wahrscheinlich über die Felder von anderen Spielern auch übereiern. Gute Morgen. Ich hab mich nicht gedacht. Ich hab dich. Oh, meine Spiele, die Felder sehen hier ganz toll aus. Nee, man kann nicht über die Felder rummachen. Nee? Nee. Naja. Ich bin gefangen, natürlich. Ich hab alles ausgefüllt, was ich ausfüllen konnte. Oh, mein Beileid. Vielleicht ist es zu wenig. Ich bin in der Mitte. Im Gegensatz zu euch. Ihr seid alle außen. Ich bin hier zu, wer zu wenig. Lass mich da rein. Was machen wir jetzt? F***. Ich lasse mir noch einen. Ready. Passt wirklich. Habe ich hier noch irgendwo welche? Irgendwo muss noch einer sein, oder? Das hätte ruhig mal mit den Rentsch denken können, dass man nicht über die anderen Felder nicht übergehen kann. Ich bin letzter. Erster? Ich bin letzter. Hä? Ich bin doch weniger als ihr. Guck doch mal. Guterleiter Platz, Decks. Du hattest extrem viel. Ja. Warum? Ich konnte die Mitte gehabt. Ja, aber die Mitte war... Ich hab nicht... Also vom Aussehen sah das nicht so gut aus. Voll viel. Die größten Dahl sogar. Du hast halt schön breit gefächert und wir hatten alle so einen Club. Ja. Ja, ich muss zugeben, das ist die Tatsache, dass man nicht, ähm... Darauf treten kann, ist halt interessant, weil... Das kam bei mir erst, nachdem Stone mich schon untergraben hatte. Der eine Weg dann gesperrt war und dem anderen... Ja, der kann mich untergraben dann. Ich hab dich zugemacht und da wollte ich so... Oben war Ruffy, oder? Ja. Da wollte ich Ruffy zumachen, dann hat sie mich schnell zugemacht. Und, äh... Man muss eigentlich nur breit gefestert laufen, dann wird das schon... Nein, wunderschöner Kaktus. Ich hätte echt gedacht, ich wäre letzter. Das sah so wenig aus. Wunderschöner Kaktus. Und Ruffy geht in der Vorhinein. Halladi, halladi. Noch einer. Aber kann man zwei davon haben? Kann man so viele haben, wie man will. Könnt es eigentlich nur noch darauf spielen, drei Stück zu bekommen und können uns da richtig... ...dinger frei machen, wenn du nicht gewinnst. Davon schützt er dich nicht. Interessant. Oh, das muss ich nicht. Aber dann heißt doch, mein Kaktus ist noch nicht weg. Aber du hast auch nicht genug Schlüssel für eine Kiste. Hm. Ja, bei Simfected wurden jetzt neue Rezepte hinzugefügt, weil... ...die Zwiebeln sind jetzt mit ins Spiel gekommen. Das heißt, die Rezepte wurden abgeändert. Das ist lustig. Reicht nicht. Nein, oh Gott. Kleine Ratte. Hast du nichts anderes? Hebst du für nächste Runde auf, Ruffy. Äh, Kim. Jetzt fängst du auch schon an. Oh ja. Echt mal, Ruffy. Ich war lang nicht mehr hier. Tut mir leid. Du, halt, sei doch mal leise. Hi, Luke. Ich habe genau Leute zu Schlüssel. Finde ich gut. Ich habe gerade eigentlich gar keinen Plan mehr, was mein Plan war. Du weißt nicht mehr, was dein Plan war. Der Plan ist weg. Der Plan, den ihr kein... Gerade los durch die Welt. Leid reicht die. Neuen Felder. Den Felder. Den Felder? Keine Ahnung. Achso, die. Die reicht, glaube ich, nicht so weit. Doch, doch. Könnte klappen. Also, es geht durch. Ja, das Ding ist, schieß... Hätte klappen können. Wenn du mit unterschiedlicher Höhe stehst, schießt du auch drüber oder drunter. Das ist ja. Nach dem Schlüssel. Ne. Dreckt sich nicht im Sohnsteiger. Geh links, geh mal links, geh mal links. Mal gucken, was da passiert. Schlüssel. Ach, das ist ein Schlüssel. Okay, ne, tu es nicht. Entschuldigung, ich habe... Ja, ich habe... Du kriegst zwei jetzt. Ja, danke schön. Ich dachte, es wäre Ausrufverzeichen gewesen. Nur drei Stück. Oh, das war... Oh, das war so schwer, weil die Panzer waren so schwer zu steuern. Das war, 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 das war... Allauf, Benni. Nein. Warum? Weil ich nicht Allauf weg sagen kann. Ich bin schon jedes Mal letzter. Nein, das ist voll die scheiß Position, die ich hier habe. Wei. Hui. Hui. Boah, ist hier gar nichts mehr. Oh, wie verwirrend das ist. Okay, ich bin auf Dex drauf gelandet. Ja, wo bin ich? Ha! Nein! Dex, guck mal oben, oben, wieder oben. Boah. Nein. Boah, das war's. Guck mal da oben, guck mal da oben. Ui. Nein. Oh, scheiße, ich bin untergefahren. Ah, Mist. Nein! Ja! Ich habe mich noch gedreht. Ich habe mich noch gedreht. Da hockt er da oben, ganz heimlich. Ich habe mich in die Luft geschossen, von oben immer geschossen, beim Fliegen. Ja, ich habe es gesehen. Aber wenigstens war ich mal nicht letzter. Aber die sind so bescheuert zu steuern, die Dinger. Ja, übelst. Ich war zu schon, ich wusste gar nicht, wo ich bin. Ich so, wer war ich jetzt überhaupt überhaupt? Ich glaube, ich mache mal so ein Guide-Video dazu. Wer war ich? Wer bin ich? Wo kommt die alle her? Ja, du darfst dir das nächste Spiel ausdrucken. Sie sehen aber nicht, was du tun musst. Ganz links hatten wir noch nicht und Mitte auch noch nicht. Mitte? Ich hatte gar keins davon. Das Mitte kenne ich. Oder wir hatten das letzte Mal als Bild gehabt, vielleicht. Ja, das Bild gleich. Oh, wow. Langsam, aber stetig, Kim. Schönes Alter. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist bestimmt was Wettes. Magische Bohne. Magische Miesboschel. Gute Nacht, Zorak. Zorak, gute Nacht. Gute Nacht, Zorak. Na, Stone, ob wir mal noch ein Keltkriegen. Du weißt, Zorak, das ist auch das Wort, dass alles, was du da geschrieben hast, gibt es ein einzelnes Wort. Nacht. Das ist aber eigentlich ein ziemlich schönes Gedicht, was Zoroak da geschrieben hat. Das ist gut. Nein. Danke. Tschüss, Dawn. Ja, du, mach. Nein, ich überlege gerade noch. Zwischen Ruffy und Stone. Entschuldige dich schneller. Ich würde auf Ruffy gehen. Ruffy hat ein Pokal. Stone ist mal frech. Ich habe keinen Pokal. Er hat noch keinen Pokal und hat nur... Aber er hat haufenweise Schlüssel und die müssen auch weg. Und das nächste ist in Ruffy dran. Weil Ruffy kann keinen Pokal mehr holen. Und ich will den Pokal hier haben. Ich habe vergessen, die Pokal-Herausforderungen am Ende zu ändern. Ja, ja, geh mal lieber. Geh mal lieber. Wenn man in der gleichen Runde zweimal das Minispiel, also wenn jetzt quasi zum Beispiel Ruffy einmal mit Minispiel aussuchen dürfte und Dex. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Ich glaube, du kriegst Pech, wenn du es zweimal ausfällst. Echt? Also Ruffy Dex wollte ich gerade am Morgen, also ich würde die in so eine Keule verpassen. Warte noch. Ruffy ist, äh, äh, nicht Ruffy, äh, doch Ruffy ist als nächstes dran, ganz klar. Aber Ruffy hat keine Punkte, keine Schlüssel, um irgendein... Jetzt hat sie genug Schlüssel. Aber wirklich Spiele. Jetzt kriegst du sie auf die Fresse. Sie hat gerade genug Schlüssel, um einen weiteren Pokal zu kriegen. Ja, äh, du brauchst 40, ja, 52 hat es doch genug. Also Plug-out. Aua. Hui. Voll radikal. Wow, ne 2. Dankeschön. Ich hab dir ein paar Schlüsse abgezogen, kriegst du wieder welche. Nee, die hast du wieder gekriegt, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich bin mir da nur, dass du Labeling von Kommen hast. Das hat keinen. Das ist noch. Furchtlich. Ich sammle lieber. Du sammelst was? Bist da lang. Das war nochmal der Totenkopf, da kann ich mir doch was ausrufen. Ja, oben würde ich aber hochgehen. Kommst du eher zur Ruhe. Weil links musst du hier rumlaufen einmal. Ich hab aber nicht genügend. Also geh ich lieber da lang. So, wieder. Ah, das hast du ausgewählt, okay. Also fliegen, vermeide Hindernisse. Magische Ringe durchfliegen. Achso. Sieht recht simpel aus. Ja. Ja, sieht. Kann man sich sagen. Oh Gott. Leviosa. Oh Gott, ist das schwer zu verfolgen, wo man ist. Oh, ja. So, ich bin tot. Das sieht so lustig aus, wie wir alle gleich seiten. Au. Sein Wesen. Oh Gott. Oh Gott. Los, Benni. Nein. Das hab ich gerade gesagt. Das war, weil du es gesagt hast. Dex, du schaffst es. Oh. Ja. Verdammt. Nein. Schneller kann das sein. Ja. Ich konnte gar nicht da rüber gerade. Es ging gar nicht. Ich hab den Torbogen gar nicht genommen. Wir sind beide gleich. Beide in Zweichtor. Ja, wie Heidel. Pott war nicht lustig gerade. Ja, das war gut. Mhm. Ach, X ist das okay. Was hab ich denn da? Ich hab ja noch mal so. Portal. Warte, hat ja alles. Stimmt. Wir kommen aber jetzt zurück. Ehe. Ehe, das ist ja immer noch das mal alleine hier. Ähm. Mit Benni kannst du tauschen, bist am nächsten dran. Hast du genug Schlüssel? Das ist die Frage. Ja, ich muss ganz kurz gucken, wie viel Schlüssel hab ich denn überhaupt? 20. Wie viel kriegt man denn überhaupt gezogen, wenn ich Dingsbums mache? Geht's nicht. Nein, wie viel kriegt man abgezogen, wenn ich das Portal mache? Gar nichts. Nee, also ich komm mal hier hinten. Guck mal, wenn ich das da hinten, komm ich auf dieses... Gar nichts. Gar nichts. Nein, das hier krieg ich kein Messer? Nein, kriegst du nichts. Weil du drauf portest. Ich werd nicht einen einzigen Pokal kriegen. Doch, wahrscheinlich am Ende. Ach so, danke. Da gibt's auch nochmal Pokale mehr. Mit den meistgesammelten Schlüsseln oder so. Ex, ich werde dich murcheln. Aber warum das denn? Hey, wieso kann ich dir nicht noch würfeln? Das Portal teleportieren zählt nicht. Du bist so viele Blöcke gerade gelaufen. Niemals. Ich werd' dich nicht. Warum denn? Das Prinzip, schätze ich mal. Ich frag hier jemanden darauf, dass wieder Aljana am Sterbedingern oder auf einem Ausrufezeichen landet. Ja, hat die auch gehofft, darauf zu kommen. Ähm, ich weiß nicht, haben wir das eingestellt für die meisten verlorenen Spiele? Also der letzte, ähm, kriegt Punkte? Ne, ne? Schlüssel haben wir aber ausgestellt. Ich hab leider vergessen, das umzustellen. Das find ich aber, ich find das besser ohne. Medkillt ist das. Weil, kannst nicht komplett ohne. Sollte schon mit sein. Das ist schon. Tut mir leid, aber du hast vorher, Schatzi. Nein, das war Dex. Du darfst aber nicht, du darfst aber nicht parteiisch sein. Doch, Kim hat einmal was und Raffi hat was gemacht. Das ist nicht schlimm, bei Dex zu sein. Und du hast die meisten Punkte. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Aber es wird nicht parteiisch gespielt hier. Du spielst dein Spiel. Ja, aber es stört mich. Dankeschön. Ich war so nah an dieser blühen Kiste. Jetzt gewinnt Dex. Äh, Dex, Töne. Jetzt wollen wir wieder in die Luft sprengen. Nicht erst mal. Jetzt gewinnt Sylia, die hat genauso viele. Huch, das war schön. Au. Huch? Was, der hat nicht schlecht. Du hast mal ganz schlecht. Habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, cool. Weiß ich, guten Abend. Möichel, einer. Raffi, fahr Dex doch mal zu einem Indie-Spiel heraus. Ah, ich fahrte noch. Du hast die Maske rum, Siebo. Was, dass du alle voll hast? Ja, ich wollte kurz sagen. Du hast doch zwei davon. Kommst du eh nicht rüber? Werdest du sechs töten? Oder mach das. Das geht natürlich auch. Ja, nimm den weg, da. Tschüss Dex. Aber warum nicht? Weil du nächstes dran bist. Wow, ein Feld als Jumia. Freue ich doch. Yay. Oder sagen, Chancengleichheit und so. Boah, ist das so saniger drin? Was habe ich vorhin eigentlich nicht bekommen? Oh! Teleport. Jetzt wieder tauschen. Du bist einfach. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Dankeschön. Wurde da eh nicht hin. Du hast mich hier hingeschickt. Du kannst mit mir den Platz tauschen. Ja, ist für mich kein Problem. Hi Rafa. Und hoch. Dann kriegst du noch ein paar Schlüssel dafür. Oh ja, was gibt's? Ach, ich darf doch wieder... Ach, das ist so... Oh nee, das ist so... Habe ich letztes Mal haushoch gewonnen, weil ihr einfach alle zu gierig wart. Ich verstehe nicht, wie man die Richtung entscheiden soll. Ja, eine Taste drücken beim Start und dann einschließen mit Leertaste. Also Richtung halten mit W, Richtung halten mit W, festhalten und dann einschließen. Man sieht ja gar nicht, wer hinläuft. Nee. Raffi? Raffi steckt sich gerade ein Stück Pizza in den Mund. Hat gerade keine Zeit. Entschuldigung, ich habe heute noch nichts großartig gegessen. Oh, ganz schön. Ach man! Mach er sie! Da wollte ich gar nicht sehen! Ich habe W gedrückt, ich hätte noch rumgehen müssen. W festhalten und dann Leertaste drücken. Mhm. Ach so. Ach Mist, da wollte ich gar nicht hin. Genau. Das hätten sie auch ein bisschen besser machen können. Eigentlich mit dem Ausfluss. Oh, ist doch gut. Ich wollte gerade sagen, da wollte ich auch nicht hin. Hä? Was ist jetzt mit der Tat? Ich bin doch da unten hingelaufen, wo der Huhn hingelaufen ist. Warum? Ja. Ich verstehe das auch nicht so gut. Hm? Mal gucken, ob das jetzt klappt. Das wäre ich gerade doof. Aber das hätten wir das ja nicht bekommen, aber sehr interessant. Ich bin komplett in die falsche Richtung gelaufen. Also einfach mit der Taste festhalten die ganze Zeit und dann Leertaste drücken. Mit W festhalten und dann in die Richtung, oder? Ja. Und wenn du schräg halt, musst du zweiter festhalten. Mann! Nein! Was steht denn? Werde ich aber aufs Mikro? Wow. Erster, erster. Es gibt keinen zweiten. Loi. Ach so. Kim, hast du gerade Zeit, dass du die ganze Zeit einfach den Weg blockiert hast? Äh, am Anfang, als ich acht Schlüssel hatte, noch nicht. Bis ich acht Schlüssel hatte und danach ja. Okay. Das Spiel ist eigentlich doof, wenn man sich das mal überlegt. Wenn jemand schon genug Schlüssel hat, dann braucht der eine sogar nur noch den Weg blockieren. Und die anderen müssen ja den vielen Schlüssel bekommen. Au. Ich finde, man sollte halt einen Indikator haben, wo man gerade hinlaufen möchte. Oh, ich habe Rafa getötet. Entschuldigung, Rafa. Wow, danke. Top, Toppen. Dankeschön. 30 Monate. Oh, ja. War mir nicht mehr sicher. Gut, ich hätte die falsche Kiste gehabt sogar. Echt? Ja, ich habe das am Ende nicht so richtig verfolgen können. Na. Jetzt aber nicht. Okay. Okay. Mach so hier, danke für 13 Monate. Kramp, kramp, die Leute haben das gerade gleichzeitig abgespielt oder so. Was kann das sein? Ja. Boah, es ist so warm. Ah, Hitlerkeem. Es ist so warm. Ich muss mal ganz kurz ein Rechner ausmachen. Hey, den anderen. Ich bin eigentlich die Reihenfolge, wer Wand nur dran ist. Ja. Oben rechts. Unter den Rundenanzahlen. Da siehst du Farben und die Reihenfolge. Ach so, ich bin der Letzte. Wie macht man noch mal Karten? Ja. Ja. Oder... Ja. Ich habe das Gamepad nicht mehr angeschlossen. Kannst einfach anstecken. Geht automatisch. Ja. Das ist mir irgendwie zu doof gewesen. Lala hat zu viel gegessen. Oder noch heiße Kartoffeln im Mund. Oh, ein Geschenk. Kannst ja Geschenke dir nebenan verteilen. Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. Obwohl doch, doch. Du hast es verdient. Was mich nicht töte. Ist nicht so, als ob ich viele Schlüssel habe, die ich verlieren könnte. Ja, aber du kannst doch sterben. Ja. Dann kannst du wieder von vorne rennen. Ich habe eh nicht genug Schlüssel für die Kiste. Jetzt kriegt erstmal Benny mal einen Schlüssel. Oh, 107 Schlüssel. Ja, moin. Ich bin Schlüsselhorter. Okay, wir sollen das Benny gehen. Nichts, ihr wird nicht geteamt. Das ist ein Gegeneinander-Spiel. Ja. Das mag ich nicht. Das ist gar nicht gut. Ähm. Echsenchan ist am Zug. Echsenchan. Erstmal haue ich irgendjemanden aufs Maul oder sowas. Irgendwas aufs Maul hauen. Was haben wir hier? Rakete könnte ich nach vorne fliegen. Abbrottsbirne oder die Aubergine. Ja, aber die ist zu... Du könntest bei der Aubergine zwei Leute treffen. Hä? Wo ist denn jemand in der Nähe? Wenn du nach oben guckst, da sind Benni und Storm. Ja, aber du musst dir den... Er kann nicht über eine Klippe drüber. Hier geht's da weiter. Hier kann man zurück, ja? Kann man nicht unten drunter? Da ist doch Platz, oder? Guck mal da, du könntest unten drunter. Ach nee, könntest du nicht. Ich kann hier hoch wieder zurück, hier rüber und hier hin. Ich weiß nicht, wie du es ehrlich schaffst. Aber was bringen wir denn die zwei, die die Flasche leer hier spielen und kein Dings haben? Ja. Schlüssel. Größenteil. Ja, kriegt ihr ja nichtmals. Ihr kommt ja doch nicht ran. Ich wollte gerade sagen, dass wir... Ich würde meine Schlüssel kriegen, ich würde Stones Schlüssel kriegen. Naja. Und mach das, ich will wirklich Schlüssel haben. Es bringt nichts für voll. Ihr habt wahrscheinlich dieselbe Einzahl. Das ist aber genau wie vorher. Ja, aber es wäre witzig, wenn wir es einmal zu kriegen. Sorry, ich muss mal ganz kurz... Ach, ey, muss ich drücken hier. Lass den Chat entscheiden. Ich muss nur ganz kurz drücken, wo ich überhaupt lang gehen muss. Wo ist die bescheuerte Kiste überhaupt? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Hier ist eine Kiste. Die Punkte zeigst du doch an. Hier ist eine Kiste. Ein paar Punkte entlang, dann kommst du schon ins Ziel. Aber die ist so richtig, die Kiste. Doch. Was hat das für einen Sinn? Wenn ich die... Dann brauche ich die gar nicht. Ach so, ich kann den Weg hier vorne hier. Und hier lang laufen, hier lang laufen. Wo ist eigentlich die andere Kiste? Da ist sie. Ah, okay. So, sorry. Hat das länger gedauert. Mit vier kann man auch nicht farbwärts. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Danke. Ach nee. Stimmt, das war noch das Blutfeld, was ich gemacht habe. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ach, das war gut letztes Mal. Aber war nicht um den gleicht. Okay, laufen und springen. Das Problem ist, man achtet immer auf andere Mitspieler. Das ist immer das Schwere. Oh Gott. Oh Gott. Das war ja unfair. Komm mal vorhin, ihr könnt jetzt noch schlagen. Ich glaube, dann würde das wirklich Freundschaften vernichten. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Die Musik. Oh, das ist unvoll. Oh. Oh, das war gerade sowas von fucking knapp. Oh, ist der schnell. Ich meine, ich verstehe hier echt schnell die Übersicht, wo man ist. Ja, das ist das Problem. Oh, siehst du, ich habe auf dieses andere Hellgrüne da gedacht, achtet. Oh, Mist. Ist das Hellgrüne? Wer ist denn das hier, mit dem wir den zöpfen? Das ist ich? Ja. Nein. Gut gemacht. Heute bin wir nichts weitergeworden. Oh fuck. Ist das wirklich noch ein Nachwege gestorben, Stone? Ja, ja. Eine neue Waxburner. Da kommt doch Freude auf. Mist, Mist, Mist. Erstmal Geschenk öffnen. Bitte, bitte, bitte. Ja. Aussetzen. Eine Runde Aussetzen für Benny. Echt? Oh Mann, was ist das denn für ein Kack? Du hast echt Pech. Kann mir weh, ist es keiner meiner Schlüsselklau. Du hast den schwarzen Feder doch neben dir. Aber Dex, du bist doch gar nicht da. Und ich auch nicht, wenn man mal die Farbe nehmen würde. Jetzt herausfordernd, du hast doch fünf Runden, Kim. Na, ach, war viel. Huh. Na, super, war ja klar. Achso, das wird, äh, achso. Wie da hast du jemand aus? Das ist cool. Der Benni, das wär jetzt hart gewesen. Der hat halt nichts gebrannt. Pong. Jetzt war Kim dabei verloren. Von daher. Ja. Moment, wie ist die Steuerung? Das war... E und her. Ne, achso, ich bin rechts oben. Ja. Das war gut. Ja, die Musik ist toll. Geil. Klaas. Ist. Also so, das mit das einfachste, aber noch schwierigste Spiel... Das ist super schwer, das Spiel. Das Spiel ist... Megaschwer, find ich. Alter. Waffi, wenn du verlierst... Mir leuchtet der Bildschirm so extrem gerade. Dann, äh, bekommt Kim einen Pokal. Hab ich drei. Wäre dir auch gut gefallen. Wird aber nicht passieren, ich bin echt schlecht in Form. Ich bin wirklich schlecht in Form. Ich komme nicht unbedingt aus einer Generation, die das jahrelang geübt hat. Oh mein Gott, ich seh's echt. Aber wie war die Bildschirm so hart? Gegen wem hab ich letztes Mal gespielt? Das war voll schwer. Lucky. Du hast jetzt nur gewonnen, weil Kim zweimal den Ball einfach vom Bot durchlaufen lassen hat. Ja, ich war auch zum Teil, weil ich die auch... Aber cool, ich hab zwei, ne Beine jetzt zwei. War nicht vorher drei? Nein. Ja, stimmt. Ich hab keinen verloren, Luis. Vielleicht auch keinen. Ah. Der kommt's down, trau dich, mach die Kiste auf. Boah, Leute, ist mir so warm hier. Es ist mir so mega warm hier in dem Zimmer gerade. Im Endeffekt kannst du durch die Kiste nicht viel verlieren. Doch, ich könnte... Äh, 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 äh. Ja, da landen. Ich bin gerade echt am überlegen, welches... Welche die richtige Kiste war. Ich dachte ja auch, ich wüsste es, aber irgendwie... Ich wusste das, aber ich habe es ja vergessen, was es war. Komm, ich mache es einfach. Ich ziehe Benni gleich. Ich habe wieder zwei aus... Das ist gleich. Oh, das hier. Das ist das mittlere. Oh, das ist toll. Länge des Spuren. Oh, das ist aber auch cool. Rotorenrennen. Das ist ja auch cool. Was ist denn? So viele. Oh ja, Rotorenrennen. Nein, nicht Rotorenrennen. Oh, doch. Ich bin dabei beim letzten Mal den Ausversehen rückwärts geflogen. Das geht? Ja, also wenn man ausversehen in die falsche Richtung fährt. Er fliegt. Das wäre interessant. Keine Batterie, meine Fernbedienung. Ich kann meine Klimaanlage nicht anmachen. Es sind gerade 700 Grad hier drin. Angenehm, oder? Oh, Junge, Junge, Junge. Dosen-Ravioli. Die sind auch wirklich gut. Aber das ist, weil das Geschmacksverstärker alles so Zeugs drin ist. Deswegen schmeckt die so verdammt gut. Ah, ich bin rein. Ähm, sorry. Wem kann ich denn jetzt killen eigentlich? Mich selber. Ich habe noch neun. Julia könnte ich noch killen? 6. Ja? Ich möchte töten, habe ich das Gefühl. Ja, warum nicht? Einfach irgendjemand umhauen. User in your channel timed out. Oh, mir ist raus. Ja, du raus. Julia ist raus. Julia ist weg. Beide. Beide. Oh je, dann haben die keinen Internet mehr. Das Parteien-Spiel. Ja, spring drauf, komm. Achso, ich muss es benutzen. Äh, X. Ah, Mann. Cool, eben. Muss ja irgendjemand im Weg sein? Warum geht das nicht? Benutzen? Ach, der ist auch, nein. Wer ist, er ist einer von den, wer hat das Haus gemacht? Ich. Warum geht das nicht? Warum kann ich nichts drücken? Wahrscheinlich, weil er das laden musste. Ja, er hat gerade angezeigt, dass er Julia durch Bot ersetzt wurde. Shit. Ich kann auch sagen, dass er den Disconnect von Stone erstmal registrieren muss, kurz. denke ich auch die batterien aus der 23 raus muss die klimaanlage unbedingt an jetzt ist es so war mir drin wenn man auf die kirchen wohnt zu heiß die eine sagt auch die andere sagt ich nehme nichts kompliment an batterien sind auch leer also hier ist die batterien 2 alles muss alles muss dran glauben drücken wir hoffen das weiter geht das hoffe ich auch nein ich muss mir neu starten das sehr doof relativ kurz vorm ende sind ich habe das fenster auf sonnenschein das fenster ist offen glaubt mir da draußen ist keine frische luft da draußen da draußen schmilzt du vor dir vor dich hin groß ist die hölle weiß ich mache folgendes ich mache folgendes dankeschön braucht lustig platz tauschen ich will warm und willst du willst kalt ja ich möchte ein bisschen költe haben ich komme sofort wieder so lange ist hier irgendwie ich doch mal q geht nicht x geht nicht abbrechen vielleicht geht auch nicht ich komme gleich wieder also wenn wir jetzt neu anfangen müssen da bin ich aus ich muss mal mit dem wauwau zum tierarzt früß erzählt schlimm zahn muss zahn gezogen werden das ist immerhin nichts gefährliches sondern einfach nur schmerzhaft auch nicht schön natürlich ja so lange hat das jetzt nicht gerade es sieht gerade nicht viel kann das sein stream langweilig ja es kann sein dass wir noch anfangen müssen wobei ich habe eben glaube ich gesehen dass stone und julia wieder reinkommen können aber aktuell hat er nicht mal registriert das dann weg wobei wir theoretisch auch die rundenanzahl entsprechend runter stellen können dass wir vielleicht zumindest noch die runde ohne art zu ende spielen jetzt ist das ich meine ja 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 man hört was knistern mhm kann das sein user joined your channel willkommen zurück so ja wir hatten stromausfall kurz oh doch kein internetwerk ne also julia ist schon rausgeflogen du noch nicht ne 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 ich wollte auch schnell noch wieder gehen ich bin auch wieder da ich bin auch wieder da webe user was moved to your channel wir können aktuell auch noch nichts machen ohne euch ja wir kommen kannst du mal einladen oder ich bin glaube ich nicht am rechner aber kann ich dann hörts ja 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 ich muss doch irgendwas abwaschen okay ich nehme mein langes an äh äh weil ich ja gerade unten war an der küche bin ich nur mal ganz kurz ähm an zwei, drei Broten vorbeigelaufen und hab mir Honig drauf geschmiert oh auch nicht schlecht ja solange hier die jungs und mädels nicht noch nicht können die zwei denn jetzt noch rein joinen keine ahnung ich hab gefragt ob die uns einladen können aber ja 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 ich bin ja schon wieder da ist ja gut hallo topic ähm Stromausfälle Stromausfälle habe ich ähm bei mir so oft und deswegen habe ich mir extra so eine wie heißt das so ein gm-dingsbums wer ist die Batterie? naja so ein Backup so eine Auffangbatterie geholt die fängt sogar beim Stromausfälle auch das Internet auf das heißt hast du eine Einladung gekriegt? das ganze Haus ist dunkel mein Rechner läuft und Internet geht auch noch keine Einladung bekommen also ich kann dich ich kann euch zum Zuschauen einladen direkt zum Spiel einladen kann ich euch warte guck mal kurz nach Pummel Party kann hier glaube ich nicht zumindest nicht von hier aber da stand eben was von wegen dass ihr dem Spiel wieder beitreten könnt ich könnte aber irgendwas mit laden auf also eins was ich jetzt hier gesehen habe ist neue Spiele aufmachen grad ich hab mir auch was leckeres zu essen ah you can only create a new game and click load save also du kannst es speichern und laden ok du müsst ja die letzte Runde beladen werden guck mal kurz ob das geht erstellen Datei laden ja das geht ok wir gucken kannst du speichern kannst du save mal ich standard wieder herstellen übernehmen aussteigen beenden glaub das speichert nach jeder Runde automatisch könnte sein hoffen wir einfach mal dann will bin ich egal dann müsste ich jetzt soll ich die Runde jetzt beenden oder dann versuch das mal zu laden ja ja ich kann nicht ihr müsst ein neues Spiel aufmachen also ok dann drück ich einfach mal beenden ok aber gesaved hast du ja kann ich save du kannst nicht achso dann können wir gar nichts machen das wird nach jeder Runde vielleicht gespeichert das könnte ich nicht schlüsse getrennt so closed lass dir in der nächste Runde äh äh pummeltauen spielen hm was muss ich drücken hast du glaube ich offen usv genau ganz unten rechts spiel erstellen ja erstellen dann verteil laden ah äh oder nehmen wir die ganz alte ganz alte also die vom letzten stream könnten einladen moment runde 22 von 25 ja ja passt doch ne wir waren 15 von 20 ja 15 von 20 alles klar dann habe ich hier den richtigen dann muss noch die neuesten nicht die ältesten nehmen hallo mr b gut dann lade ich euch mal eben ein aber auch mittendrin äh vor allem das ist der Strom ausgefallen ich denke so hm was los geh raus Lichtschalter wie man es ja tut weil man denkt man könnte ja wieder nix wieder rein und dann äh äh passiert dann nichts wieder runter gehen auf einmal Licht an Licht wieder aus ok was war es gewesen keine ahnung nicht von uns Toaster ich habe auch nachgeguckt also äh wir haben draußen Steckdosenleiste im Boden ich dachte vielleicht hat es geregnet und da ist ein Süffchen drin war aber auch nicht ne Schnecke ich glaube nicht die Schnecke das macht naja das lustige ist ja dass einfach der Fernseher der schon seit 2 Wochen aus ist angegangen ist und ich erstreck das was ist das für ein Geräusch Geister Dex kommst du rein? mhm ihr habt einfach Geister so Problem gelöst nein wir haben keine Geister die muss keine Geister oder Michael Myers oder sonstiges Geister? ey cool endlich Gesellschaft kommt wir spielen was du sagen Mario Kart die laden Dex ein und Metal die können dann bist du da bist du böse wir haben böse Geister wieso wissen sie dass das böse sind ich habe mit denen UNO gespielt und die haben verloren oh wir sind hier und die sind ja böse ja und wir wurden so weit zurück gesetzt dass ähh mein Dings mein zweiter Pokal auf weg ist ha das ist kacke mhm das ist neu das war auch schon das war auch schon das war auch schon echt son ja jemand hat's was bei dir vor das Zimmer ja sag mal schreib in das Buch schreib in das Buch aber jetzt habe ich vergessen welche Kiste das war Menno oh Ben jetzt Glück ja blub blub ja du hast es geschafft nein du hast Glück das war auch nicht die richtigen Kiste öffne sie doch mal Benni jetzt oh das ist eigentlich ganz gut einfach nur so das Info wenn jemand anderes vor der richtigen Kiste ist du vor der falschen öffnest du die falschen und sortieren sich dann alle anderen mit um das wäre aber gut könntest du dadurch sozusagen machen dass ich hab mein Spielautomaten trotzdem verloren was war denn der Käse beide sogar ja du hattest zwei das ist unfair das ist echt unfair was hast du verloren wenn ich könnte würde ich dir weiß was meine ähm Dings meine Spielautomaten die ich hatte die hatte zwei stück und einen hatte sie verbraucht um gegen mich um gegen mir den ja aber wo sind die hin karl zu verdienen vielleicht wurden die nicht mitgespeichert weil das neue sind ja aber wo ist die hättest du noch irgendwo bekommen grad vor mir ne ich hatte sie ja schon achso aber wieso können die weg sein wenn der safe doch an dieser alten Stelle ist ja nein weil weil das nicht mitgespeichert worden ist ja weißt du quatsch also so ein quatsch meine ich war das schnu? ja natürlich das schnu egal was schreit alle Leute karten wie gehts gut schnu die katze oder der hund ist oder benni wenn ich dass benni so schreit ja oh doch wenn die die eier tritzen schreit er auch so er schreist du auch so wenn benni so schreit dann mach ich mir Sorgen ich glaub dann wärs auch lauter andererseits oh wir lauften da durch die millionen schlüssel hause weg hause weg hause weg du bist dran Dex du kennst sie weg auch wer war's Till dankeschön für deinen 12 monat ein jahr die mit 20 leben also müsste schon was fettes in der Achse haben um die weg zu ballern irgendwas ich würd ja die Rakete eben starten jetzt guck ich mal ob ich das jetzt hin bekomme 10 Pärer ha man das muss man hier immer mit der Maus machen das geht bei mir nicht ach komm 1 2 3 4 5 6 7 wieso verdenk ich den Weg komm ich denken er schreckt den er folgt den Städtchen ach das ist doch du ach das ist doch du ach das ist doch du ach das ist natürlich ein bescheuert na toll jetzt auch noch das hier ach ne es war ja noch ein leerer ok ich müsste mal Dex wegpashen ach mit der Maus ja auswählen ist halt echt nicht das ist doch jetzt bin ich komplett im falschen Weg gegurkt hier hm 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 was für das fight du Tarsi oh nein machst doch ein fein der Löwe immer ach dankeschön ach ne ach ne kann man das überspringen ne das ist ausredigt alle irgendwo stehen alle null punkte meinst du das wäre auch mal lustig was dann passiert ja machen wir dann alle machen wir alle null punkte ja keine nimmt was das für die Unfall ist dass die Leute die es nicht nicht sehen was machen und was ist wenn es alle sehen die es machen ja ihr könnt ja bei der zweiten Runde wieder jemand nicht sehen also ich muss aber rein sorry also machen wir jetzt nichts wir können ja mal sagen wir können ja mal ganz kurz wir können ja mal ganz kurz alle sagen mal ob sie was sehen oder nicht ich seh was ich seh was können wir eigentlich machen oder ok ok das gibt es doch gar nicht ja wo ist dieses ding ja was war das nicht was anders melone und apfel ähm was ist das für ein apfel ich glaube das ist ein apfel roter ich hab gedacht das wäre eine kirche ich hab gerade eine kirche gesucht ich hab ich dachte auch das wäre eine kirche ich hab es vorher gesehen aber ich hab ich hab es vergessen wieder so lange du nicht an einer kirche suchst so mal eben bevor sie sich bewegen wer sieht was ich seh was ich seh was Orange, Zucchini, Banane Vapashina ach nein ich hab das Parcher eingesammelt ich find das so dämlich dass man das nicht tauschen kann boah man ist gerade leck ey du brauchst doch die richtige Reihenfolge ja Kim ich hab da jetzt weggeklaut ich hatte jetzt nicht die richtige Reihenfolge ach ich hab keine Ahnung mehr was ist da ich glaub ich hab ne Zwiebel aus für sie aufgehobst an der Orange sieht irgendjemand was nicht? also ich seh alles Bierde, Orange, Wassermilone, Orange wo ist die Wassermilone? Oben rechts, Sex Oben rechts, oder? nein wo ist die Wassermilone? ganz oben der kleinen Kiste beim Baum nee das ist cool cool ja da war aber eine auf der anderen Seite die hab ich gekriegt yeah ich hab nen Kaktus hä? ich hab keine gesehen ganz komisch komm Stone, mach die Kiste auf die löse Decks von seinen falschen Weg hm? wieso portest du mich weg? ja dass du nochmal die Chance hast hä? auf die Kiste hä? versteh ich das grad nicht ja du hast gesagt du bist vorbei lass euch davon's doch nicht verwirren Mensch ich muss jetzt gleich sagen ich weiß sowieso nicht ich weiß nicht was die richtige Kiste war ich hab keine Ahnung ja aber hintereinander funktioniert das nicht wirklich so gut Penny ich wollt die Kiste aber muss denn das sind bloß noch vier und was das allerdings war ich find's trotzdem bisschen doof ehrlich gesagt dass mein schwerer Automatwerk ist ich find's gut aber ich find's auch doof auch danke 1,2,3,4,5,6,7 also wenn die Kisten getauscht werden am Start kein Problem aber ich vergesse es dann nach ein paar Minuten welches das war schreibst du auch? das Problem ist du konzentrierst dich immer auf das Spiel auf das Mini-Film dann vergisst du es aber in der Zeit schon wieder ich muss mir das wirklich aufschauen hast recht echt sonst immer alles auf alles ja G-Port hat mir ja so tolle Sachen hier geschenkt hier hier so kleine äh Heftchen und T-Shirts und Poster und Kulis auch von G-Portal find ich gut Mist was war's jetzt? ob ich Benni in der Kiste treffen kann? ja sehr wahrscheinlich dann lustig probier's aus mit was willst du zuhauen also Yuya und X-Hitze raushauen können sogar warum mich jetzt? das hat jetzt keinen Sinn ergeben hm aus Prinzip schätze ich mal oh die Torre sind auch wieder offen das hat's auch nicht gespeichert oh ja das Ding ist auch mein Controller der kennt da irgendwie nicht so richtig mehr ja kann das sein dass die Feld auch zum Teil zurück ersetzt ne? ja das kann sein nö 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 da war einfach keiner drauf nö welches war das denn nochmal? ja nö 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 das war die mit dem Herz drauf nö 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 Ich muss sagen, von dem Lieferanten, die Pizza ist echt gut, aber die Soar Cream kannst du vergessen. Was für ein Ding? Ich sag, die Pizza ist echt gut, aber die Soar Cream kannst du irgendwie vergessen. Ach, die Soar Cream. Ja, ich hab mir... Ist das so eine Pizza, eine Soar Cream? Pizza-Brötchen. Ist das so klar? Hallo, Julia. Ja, aber ist das ein Leinchen. So, jetzt noch laufen. Jetzt kann ich wissen, was das auf der Brücke macht. Ich auch. Wieso kriege ich die Schlüssel nicht, die da lagen? Du hast deine eigene Waren. Achso, durch mein Feld gestorben. Jetzt rechte ich und kill ihn nochmal. Das ist mir jetzt lustig. Mit der Punching-Ding. Bonk. Tschüss, Dex. Du könntest mich echt mit einem Schlag komplett töten? Ja. Ja. Das wusste ich nicht. Oh, nah genug dran steht. Oh, das ist die Frage. Stone hat doch eben das Minispiel ausgewählt. Naja, das wurde nicht gespeichert. Oh, nicht da schon wieder. Da hab ich verkackt, aber richtig doll. Da hab ich richtig doll verkackt beim ersten Mal. Ich auch. Nein! Oh, sich da drauf konzentrieren, das ist echt... Ich schaue immer auf andere Leute. Ich schaue immer auf andere Leute. Hast du die Aronschaft jetzt auch bekommen? Ja. Ja, beim letzten Mal bin ich direkt am Anfang gestorben. Das Ding ist, ich bewege mich die ganze Zeit gar nicht. Das heißt, wir sind zu weit... Ja, Mann! Hättest du's mal nicht gesagt. Wie weit sind wir jetzt eigentlich zurückgesetzt worden? Sind einige Siege von mir irgendwie, die ich eben hatte, auch gecancelt worden, denk ich mal, oder? Oh! Ah, ah, ah! Mindgame! Was hier denke ich, wenn man eine falsche Kiste aufhebt? Nichts. Verliest die Schlüssel und kriegst keinen Pokal. Und die Kisten werden vielleicht neu sortiert. Das sieht hart aus, ey. Das sieht echt hart aus. Alter, irgendwas musst du uns nöten. Ich hab nicht mal sein Pokal, du hast zwei. Also Ruhe da im Billingblatt. Kill den Stone! Kill den Stone! Wir schmeißen Dex mit Bienen. Ja klar, der steht vor der Kiste. Karte, Coni! Penny, mach den Kaktus. Okay. Okay. Why? Warum nicht? Passiert schon. Aber die will da keiner was. Wir wollen an den Stone jetzt was. Ich komm eh nicht mal mehr rein. Ich hab auch leider nichts gehabt, um ihn irgendwie zu vollenden Schaden. Hätt ich ne Abrissbundung gehabt, die hat sowas von ins Gesicht gekriegt. Merk ich mir. Ich hab auch nichts. Merk ich mir, halber alles. Die verstecken sich alle in ihren Kakteen. Außer es könnte auch das sein, was für Kim ist. Die richtige Truhe. Keiner weiß mehr, wo es lang geht. Rafa hat auch nichts. Rafa versteckt doch. Rafa hat die Abrissbundung. Ja klar, Abrissbundung. Ja, weil das bringt ja nichts. Wieso? Doch, wenn nächste Runde noch einer ein Item kriegt. Oder noch einer eins hat. Wie macht ihr? 12. Nicht genug. 12. Dann hat's doch noch 2 HP. Dann müsste noch einer irgendwie im Schaden für uns. 2 HP. Bei 20 mit 11, Benni. Lern doch mal rechnen. Ja, aber er müsste aber die ganzen Pokale am Ende. Eigentlich auf die gegen den Pokal haben. Eher auf Kim. Er kriegt die ganzen Pokale am Ende. Das ist das Problem. Er kriegt wahrscheinlich den für die Geweißen. Ja, darum geht's ja. Ihr habt doch letztes Mal gesehen. Ich hab doch letztes Mal gesehen. Hier fällt mein ganzer Stuhl auseinander. Dex, hoffentlich hast du noch eine Abrissbundung. Na, krieg ich nochmal ein Spielautomat. Ja. Nochmal gegen Kim. Nee, bitte nicht. Oh Gott, das ist mein Schlüssel. Meine Schlüssel. Meine. Meine Schlüssel gegen Stone. Los. Kann doch nicht, außer er hat Glück mit der Kiste. Oder mit der Aubergine. Nee, das ist zu weit, glaub ich. Oh. Ja. Oh. Hat sich ja voll gelohnt. Der Ding hat sich ja nicht. Zurück zum Anfang. Sehr gut geworden, Dex. Ich hab so nichts. Ganz, ich gehst ja mal auf. Schweinepriester. Yeah. Yeah. Insgesamt bin ich zu zwei Felder gegangen. Mann, ey. Na rechts, geh nach rechts, mach das Event. Ja, ja, dann nimm das Event, nimm das Event, nimm das Event, nimm das Event. Bitte, 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 ich will wissen, was passiert. Kannst du nach unten gehen, ob du Feld markieren kannst? Da, okay. Da, okay. Nochmal. Jetzt kannst du nicht mehr nach unten gehen, wahrscheinlich. Ja, aber warum sowas lahm ist, das ist doch... Was ist denn sonst? Ja, wir haben alle tot. Schutz-Zerstörung. Oh Gott. Oh, das war so schwer. Das war so schwer. So scheiße, soll ich spielen. Eine Reise nach Sizilien. Da machen wir alle mit. Na klar, da mach ich auch mit. Das ist ja auch nicht so fallig. Ich will auch mal Sizilien kennenlernen. Oh, man kann nicht spielen. Äh. Wer traut sich jetzt? Ich möchte. Geht mir jemand vor? Wir warten einfach. Oh, ich hänge fest. Nein. Nein. Ein egerhaftes Spiel. Ja, das ist echt schwer. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Hallo, Asi. Hallo. Hier, komm. Na, jetzt hier rum. Ist noch hier? Ist noch hier gut, ne, Benni? Nein. Ja, nach hier. Nein. Ich weiß nur eins, ich glitzer. Nein. Ich trau mich nicht. Letztes Mal habe ich mir genau das letzte Mal gemacht. Letztes Mal habe ich genau das gemacht. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach mal blind. Und dann zack, wie drunter gefallen war ich ganz als letztes. Nein, 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 nein. Also, ich halte eins runter, eins runter. So, rechts, hoch, links. Hey, das geht nicht. Das nächste Mal setzt einer von euch raus, wenn ihr Teamspiel macht. Ich bin doch schon durch. Nix, ich bin schon durch. Deswegen helfe ich dann meiner Frau in der Welt. Ja, warum, Benni hätte mitlaufen können. Ich habe mir auch geholfen. Parteispiele gilt nicht. Er wollte aber nicht mitkommen. Komm, Leute. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen mal ein Teamspiel gegen Julia und Stone jetzt. Nein. Ihr macht euch überhaupt nicht. Das ist doch auch so egal. Wir machen dann jetzt ein ganz großes Teamspiel gegen euch. Ihr habt doch grad Teamspiel gegen mich gemacht, um mich zu killen, also daher. Ihr geht die ganze Zeit, Alter, auf der Stone. Daher. Quatsch. Der macht es doch auch nicht ein gerade einfaches. Ja, warum? Ich habe meine erste Kiste gerade bekommen. Daher. Schreibt euch mal nicht so an. Kim hat schon zwei. Die ist eher das Ziel. Ich schaffe mir jetzt auf. Das geht mir auf den Sack jetzt hier. Schreib dir den Dreieck auf. Und wenn jetzt die Kiste, die richtige, die richtige Kiste, also es war jetzt nicht die richtige Kiste, also alles gut. Ähm, jetzt wäre die auch noch genau da gewesen. Wäre genau ein. Ich stehe jetzt direkt vor Stone. Relativ. Ich muss einem rumlaufen. Waffe ist vor mir. Ich kann das Minispiel machen. Würde ich machen. Du hast noch zwei Runden. Bevor es wieder... Ich wollte gerade sagen. Ich würde nicht auf Kim machen. Weil wenn Kim gewinnt, kriegt sie eine. Oder zu. Ja. Ich würde... Ist okay. Gegen wem spielt sie? Ah, Kim. Kim. Knüppel ist... Rechts, Kim. Rechts. Ja, ich sehe es jetzt auch. Die Steuerung ist echt hart. Ich bin echt... Vor allem, ich bin richtig, richtig schlecht. Ich bin richtig, richtig schlecht. Ja, ich auch. Aber richtig, richtig schlecht. Warum willst du denn Pong? Warum nimmst du nicht das andere? Weil es lustig ist. Eigentlich ist es ja auch besser im Pong, als wenn ich jetzt gerade bin. Aber ich nehme es gerade absolut nicht ernst. Ihr könnt doch einfach AFK geben, das wäre das gleiche Ergebnis. Das ist allerdings wahr. Ich nehme es gerade absolut nicht ernst. Kim, bist du gut beim Einparken? Mit dem Auto? Ich habe keinen Führerschein. Das habe ich dir schon x-mal gesagt, Dex. Warum nur? Weil ich keinen Bock habe, einen zu machen. Du bist aber genauso schlecht wie ich. Ich würde gerade sagen... Ich wäre nur ein bisschen besser, wäre es genauso schlecht. Ich würde gerade sagen, wenn die Kim-Winzen mal einen Schuss machen würde, dann würdest du genauso schlecht da machen. Genauso schlecht da stehe. Du kaffst mich doch überhaupt nicht. Ich bin letzter. Nein, nein, nein. Doch, ich bin doch nicht. Benni, ich glaube der Stone war letztes Mal... Der auch nicht. Letzter war vorletzter. Und hat dann trotzdem das ganze Spiel gewonnen, weil der... Du kriegst ja noch Pokale für die gewonnenen Dingsbums. Ja, aber ich glaube, von denen kriegt Benni keinen. Doch, ich glaube schon. Für den meisten Schaden. Benni hat auch einmal eingewonnen. Für die meisten Schlüssel vielleicht, ja. Was ist das? Portal. Das ist das Portal. Das ist das Portal. Wenn das so leuchtet, ist das immer das Portal. Nicht dahin, wo die Rakete dich hinbringen würde. Ich kann ja aber eh nur da lang. Ja, rechts kannst du auch lang. Hm. Echt? Wir haben hoch und dann rechts statt geradeaus. Neue Felder, oder? Das will ich da hin. Ich glaube, das lohnt gar nicht. Wirklich. Nee. Du müsstest hinterstauen hinterher. Also ich glaube, du würdest gar nicht so weit... Ich kann vielleicht da lang gehen, dann kann ich hier so ein Feld einnehmen. Aber wer kommt denn drauf, ist die Frage. Doch, egal. Da haben wir zu 6 Schlüssel ein, die da noch liegen. Auch wieder wahr. Ich kann links gehen nach hinten, das ist halt, ja. Oh, der hat mir noch nicht gehabt. Der ist interessant. Wir haben viele Felder noch nicht eingenommen, ne? Ja, bei uns sind wir auch gar nicht lang gegangen. Weil die ja die ganze Zeit gesperrt war. Von dem Event. Wie kommt man da hin? Fliegen! Wenn du diese blöden Dings siehst jetzt nicht, ähm... Eins, zwei, drei, vier. Oben? Ja. Was passiert? Komm, was geruhlt ist. Ach, komm. Es geht einfach wieder auf. Ach, die Felder sind... Ach, Tor, es öffnet sich wieder. Okay, die Felder sind definitiv alle langweilig. Boxy, gute Nacht. Ja. Ich habe das Gefühl, dass auf dem Steg könnte noch interessant sein. Ja, ich glaube, das machen wir das gleiche links und rechts das Tor auf. Oh, jetzt ist mir zu kalt. Jetzt ist mir wieder zu kalt. Oh, ja. Aber jetzt habe ich mich abgekühlt. Körpertemperatur passt. Warum aber auf mich? Eden! Warum immer auf dich? Pass doch zu dem Honigbrot, Dex. Ich habe kein Honigbrot mehr. Ich weiß davon nichts. Jetzt hat er nur noch Bienen. Geht noch gar nicht in meinen Laufsteg. Das stimmt doch. Das ist schwer. Ich werde taktisch immer ganz mies platzieren. Hallo, ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, da bin ich. Das Lustige ist, mein Cursor ist gerade auf den anderen Monitor geflogen. Julia, du sprechst uns gerade beide in die Luft. Ja, ich bin sicher, wenn du zuerst runterkickst. Das schaffst du so aber nicht. Sohn ist da oben und versteckt sich. Ja, wir machen uns hier gerade die Hölle heiß. Das war es. Das war es. Wir machen uns gerade selber die Hölle heiß. Die Idioten, Rafa, schweiß sie da runter. Versuch es. Was für mich gab, die da einfach stehen laufen. Das ist so einfach. Das beachtet man irgendwann nicht. Irgendwann gehst du auf die, die nehmen die und vergisst die, die... Nein, das tut man nicht. Ich habe Dex letzte Runde da auch so mit runtergekriegt. Jetzt noch mal zur Erklärung für Julia, warum wir immer auf Stone gehen. Er gewinnt ja fast jedes zweite Spiel. Er ist also schon mal der Sieger in der ganzen Partie. Deswegen müssen wir den hier ausschalten. Es gibt ja kein parteiliches Spiel. Wir müssen ja gegen Stone gehen, um ihn kaputt zu machen. Nein, müssen wir nicht. Weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel Raffi oder Kim noch für irgendwas Pokale bekommen. Und dann gewinnen sie, weil sie ja regulär eh schon zwei. Ja sicher, die kriegen ja auch ihr Fett weg. Aber natürlich muss der mit Stone... Der hat jetzt schon mal einen Pokal. Das heißt, der kriegt aber gleich schon wieder drei. Oder vier. Das heißt, er hat fünf. Da ist er schon wieder komplett vorbei. Weil er gewinnt ja die Minispiele genauso oft. Und deswegen müssen wir dann auch mal gucken, dass wir da. Du könntest mit der Umbagine versuchen, Rafa. Kommt nicht mehr schnell. Die müsste passen. Doch, geschafft sie. Elegator, guten Abend. Umbagine klappt. Wenn sie richtig rumrollt. Klar, Busterbeeren, guten Abend. Hä, man sieht das. Huiiii. Huiiii. Guten Flug. Danke. Oh. Wow. Aber du musst wieder einmal rumlaufen. Baaah. Aber kannst du deine eigenen Dinger da wieder einsammeln? Nein. Man kann seine eigenen Dinger nie einsammeln. Das wäre ja zu einfach. Die sind immer so hell. Das ist so schlimm. Ich fühle mich ja eigentlich mehr darum, dass Waff wieder nicht herkommt. Ah ja. Hackel, ich muss nicht gewinnen. Ich bin ja schon besser als du beim letzten Mal. Also von daher muss ich nicht gewinnen. Mein Ziel habe ich erreicht. Ich wollte gerade sagen, warum möchtest du ein bisschen Eis für die Wunde machen? Das ging ja nicht an mich, das ging ja an... An jemanden im... In Stream. Ja. Mit dir spiele ich kein Pummelparty mehr. Okay. Das ist ne Kampfhase. Ah, guck. Ich bin dran. Äh, ich nutze die jetzt einfach. Hui! Ah! Hui! Ja, ich nehm euch alle mit. Multi-Kill! Ich hab keine Angst. Hey, es rücknet Leichen. Oh, ich bin noch... Dix will kuscheln da so schön. Ja, ne? Ich hab ne Frage, Benni, was tust du da? Mach ein Löffelchen. Also bei mir hast du irgendwie deinen Hintern in deinem Gesie... Äh, dein Kopf in deinem Hintern. Nö, bei mir ist ganz normal. Kuscheln mit Dix. Na oben würde ich gehen, weil links verlierst du definitiv was. Oben kannst du noch was kriegen. Soll ich die spaßeshalber öffnen? Ne. Wenn du willst, musst du nicht. Ich würde es nicht machen. Wir haben jetzt nur noch eine Runde. Hat jemand die Möglichkeit, die zu... Ach so. Oh, wei. Nö, gerade nicht. Dann öffne ich sie jetzt. Einfach auf Spaß. Oh. Okay. Und du hast auch gehalten. Du hast deine Schlüssel auch gehalten. Kann man gehalten? Dann... Bama. Oh, das ist ja... Okay, das ist jetzt schade. Das wäre cool, wie sie die Schlüssel übrigens weggehen oder sowas. Ja. Ja, ja, ja. Kannst du mit Ruffa... ...tauschen. Wie machen wir das denn nochmal? Ach mein Gott. Tastatur und Controller die ganze Zeit wechseln ist voll nervig. Was? Das ist natürlich... Du bist... Bist. Wer ist denn wo? Hier ist er... Oh, hier ist er. Da. Das Ding ist, Ruffa ist am nächsten dran. Ja. Aber ist sie wirklich so nah dran? Soll ich gerade sagen. Dass sie da noch rankommt? Das will ich gar nicht erst testen. Äh, hast du... Dex, warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Mach doch hier die Kiste. Vielleicht wirst du davor gepostet. Nix. Ich mach die Kiste nicht mehr, die Kiste nicht mehr. Die portet mich wieder zum Dreieck da oben. Ja, aber besser als nichts. Nein. Da hast du wenigstens noch die Chance drauf, dass du hinkommst. Ich wollte sagen, theoretisch müsste sie dann zu der Kiste hin teleportieren, wo ich in der Nähe stehe. Weil die Sternchen auch dir in die Richtung zeigen. Ja, deswegen. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, die Kiste noch zu kriegen. Ja, guck mal, wenn ich Glück hätte, kriege ich vielleicht noch ein paar Schlüssel. Eine Runde, du müsstest... Du kannst nicht würfeln hier nach. Das heißt, die nächste Runde müsstest du eine neun würfeln, um vielleicht da dran zu kommen. Ja. Ja. Also könnte ich... Ja. Ich könnte gar nichts mehr machen eigentlich, ne? Also mit der Kiste hättest du die höchste Wahrscheinlichkeit vielleicht noch... Es sind noch zwei Kisten da. Zwei. Nicht mal drei. Versuch wirklich mal die Kiste. Hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, da noch was abzukriegen? Nachfass ist drin, ne? Achso, ich muss ja eh drücken. Komm schon. Und, 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 und. Ah, du hast dir was ausgehoben. Hätte aber auch zum Glück sein können, echt. Aber er hätte auch ein Spiel nehmen können, was er jetzt meint, dass er es gut kann. Und vielleicht gewinnt er dann und bekommt was cooles. Hey, yeah. Das Einzige, was jetzt noch sinnvoll gewesen wäre, würde man diese Spezialwaffe nochmal bekommen, sozusagen. Ich könnte da mit Arcade-Minigame auslösen. Immerhin auf meinem eigenen Feld. Oh mein Gott, Pfeiltasten auch noch. Oh Gott, Maus braucht man gar nicht? Nee. Das ist so nervig, dass mein Gott voller meins sagt nö. Ja, dass wir mit dem Spiel auch Minuspunkte bekommen. Oh, ah! Nein! Boah, das ist doch die Bundeskontrolle. Oh, ich seh überall. Boah, ich geh das nicht hin. Wie kann man denn beides steuern? Ja! Wie machen wir das? Ich wollt grad sagen. Ich bin kein Konsolärer. Ich kann das hier nicht. Apfer-Minus-Eins. Ja, man kann auf Minus-Mutus machen. Ich glaub, das wär cool, aber das ist ja mega schrecklich. Ganz ehrlich. Boah, ja, was für euch war. Boah! Ich brauch fast Zeit, um mich daran zu gewöhnen, aber grundsätzlich zu fliegen in GTA gar nicht so unähnlich. Das stimmt. Oh, Mann! Ich hab einen Minus-eins gehabt. aber ganz ehrlich ich weiß nicht wie man mit diesem ding steuern kann mit dem controller man muss ja mit zwei mit zwei wie heißen diese tikel sticks ja das war einfach so ganz furchtbar gerade ich kann das nicht ein sympathisches pokémon das ist denn für ein sympathisches pokémon jetzt endlich die was das nur für item skimmen rakete nimm einfach ja das war das problem die rakete ging die ganze zeit auf die falsche kiste deswegen konnte ich sie nicht benutzen das ist geil das muss extra punkte geben finde ich kann sich aber schon noch versuch ein paar dinge zu kürze zu kriegen wenn du weißt du kommst das ist mein spezialplatz ich habe dich du kannst dich sowieso nicht mehr bewegen ist egal tötet ihn einer er hat nur noch vier leben tötet ihn tötet ihn bevor es eier liegt tötet ihn nein tu es nicht ist doch ganz witzig dazu stehen aber dann startet er wenigstens mit vollem leben wieder ach nee wenn du wachst dich wachst dich ruhig zu gehen ja bei dir lohnt es sich halt nicht klar bei mir lohnt es überhaupt weil ich bin der einzige der kein leben hat ich finde es ist auch mal ein kill genau letzte runde irgendwas muss sich ja noch los werden hier rechts ach nee der schlüssel hier kannst du mal shotgun nutzen wenn du möchtest ja schön wer hast du ist bei dir noch shotgun benni du warst schon dran gedammt keine items naja gar nicht ich hätte fast eh nichts einsetzen können ich fand das fliegerspiel eben richtig witzig wenn ich ganz ehrlich sein soll aber zum glück hat es dieses auto aim also ohne auto aim triste gar nichts aber wenn man das auto im erstmal verstanden hatte ging es eigentlich ganz gut aber man kann nicht ausweichen wenn ich jemand anschießt auf die auf nein auf 1000 kilometer kannst du schon annehmen da kannst du kannst du formierst dir wie du möchtest ich bin nach oben geflogen bin nach unten geflogen und jetzt wird es immer getroffen ist egal wenn du wenn jemand dich vom weiten schon anvisiert dann triffst du automatisch ich hab dir noch ganz viele schlüsse gespendet ja je nachdem du musst besser fliegen können als er sozusagen das ist das einzige ich geb julia ein paar ab dankeschön jetzt was hat das stone gerät ach nee kommt nicht auf mein mini spiel ach das ist schade jetzt hab ich doch extra im mini spiel gefehlt dieses laser ding da aber das wäre lustig gewesen ich denke die pummel machen wir noch eine runde dann würde ich sagen dass wir die awards dann verändern aber eine runde ist viel zu lange das muss man nicht ich habe noch ein jetzt habe ich zwei Dann hat Rafa gewonnen. Ja, siehste, sie mussten nicht hin. Ich hab nicht einmal 10 Pokal. Wie viele Minispiel hast du gewonnen, Stone? Keine Ahnung. Genug, du warst alle. Ich hab nicht einen Pokal. Nee, stimmt gar nicht. Raffi, sehr schön. Siehst du? Ey, das ist mein erster Ziel. Der ist ja nicht schlimm, dass du gewonnen hast. Ich meine nur, dass das halt nicht immer noch daran liegt. Ja, ich bin nicht im Käfig drinnen. Okay, Benni ist im Käfig. Ich hab nicht einen Pokal. Ja. Gucken wir mal. Ich habe 10 Minispiele gewonnen. Achso, komm mal rein gucken. Tap. Ich hab null Spiele gewonnen. Ja Benni kann man nicht hauen. Ich hab zwei gewonnen, das ist okay. 10 Minispiele, das ist viel. Ach, mein Platz. Von 19 Stück. Also über die Hälfte. Überursachter Schaden. Ah, sie. 89. 89. Ich hab die meisten voll... Nee, nicht die ganzen verloren Minispiele. Erhaltender Schaden. Da weiß man ja mal ganz genau, ne. Immer auf Stone, immer auf Stone. Da sieht man ja genau, wer auf wem immer die ganze Zeit. Ich krieg immer alles ab. Immer auf Stone. Ich hab... Mit 148 hab ich das, was alle unter mir alles zusammen haben. Dex, weißt du worum das liegt? Weil Julia hat dich glaub ich... Weil alle ein dauert... Nein, nein, nein. Du wurdest zweimal komplett gekillt. Das heißt, du hast komplett 30 Leben, also 60 Stück auf einmal verloren. Ja, weil Julia immer auf alle anderen geht und nie auf dich. Das ist ja auch mal der Punkt. Ja... Das hat sie jetzt gespielt. Ja... Das hat sie jetzt gespielt. Wo ist die Not? Wir machen jetzt keine neue Runde mehr, oder? Weil das ist was machen wir nicht. Können wir runterstellen, Dex. Eine kleine. Dann müssen wir mal eine kleine Runde machen. Ja klar. Das ist sonst zu lange. Aufsteigen. Escape. Okay. Okay.